Starte, du bist live. Okay. So, ihr Lieben, wir grüßen euch zu einem wundervollen Abend, den wir jetzt mit einem wundervollen Gast durchführen werden. Mit uns ist Bruder Christian Prince am Start und das wird ein wunderbarer Livestream, so Gott will. Und ihr wisst ja, dass die Muslime behaupten, dass die Bibel verfälscht ist, was natürlich Allah aussehen lässt wie den Größten, ja, ich will jetzt nicht beleidigen werden, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, weil die Bibel wurde ja von Allah offenbart, die Tora und das Evangelium. Und wenn mir ein Muslim sagt, dass die Bibel oder beziehungsweise die Tora und das Evangelium verfälscht ist, so stellt das die Allmacht Allahs in Frage, weil Allah sagt ja in Sura 10 müsste es, glaube ich, sein, dass niemand die Worte Gottes abändern kann. Und die Tora und das Evangelium sind ja die Worte Allahs. Also ist das in sich schon ein Hardcore Widerspruch. Aber das Gute daran ist, dass Bruder Christian Prince mit uns ist und er spricht Arabisch. Und er kann sich vielleicht selber vorstellen, damit ihr eine Ahnung habt, wer er ist. Ich versuche es, weil ich gesagt habe, dass die Menschen, dass Allah, was er sagt in Englisch? Allah... Kontradikt? Nein, 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 nein. Er hat die Tora und die Injil, die Gospen, und diese sind seine Worte. Und Allah sagt in der Koran, dass niemand die Worte Gottes Gottes kann, die Worte von Allah. Das bedeutet, dass Allah nicht so powerful oder almighty, wie du? Das Frage ist, dass du mitmacht. Und ich sagte, dass ich sehr glücklich, dass du hier mit uns bist, um uns zu zeigen, die Islamischen Sourcen, was die Schole gesagt haben, über das Thema Korruption des Koran. Es ist sehr schwer, wenn du Englisch sprachst, wenn du nicht jeden Tag sprachst. Du bist gut, mein Freund. Ich versuche mein Best. Ich versuche mein Best. Let me help you a little bit. Wenn jemand sagt, dass die Bibel ist korrupt, das bedeutet, dass er eine true Bibel ist. Wenn ein Muslim sagt, der glaubt, dass die Bibel verfälscht wurde oder ist, dann behauptet er, dass es eine richtige Bibel gibt. Also der Bruder Christian Prince zeigt uns, dass der Koran immer und immer wieder weiter verfälscht wurde. Es war ein verfälschtes Buch sowieso. Aber es wurde noch mehr verfälscht. Und wir gehen durch die islamischen Quellen, weil ich bin kein Araber und ich kann auch kein Arabisch und ich kann auch nicht Arabisch lesen, also noch nicht. Ich lerne und lerne und lerne. Und deswegen habe ich jemanden geholt, der wirklich Ahnung hat. Wenn du dich anrufst, dann kannst du es für die deutschen Leute, die dich nicht kennenlernen. Oder ich kann es in deutsch. Mein Freund, ich will nicht die Introduktion. Search my name and we'll get scared. Ich denke, dass alle wissen, dass Christian Prince ist. Er ist der wichtigste debater über den Islam. Er kennt viele Dinge in der Islamischen Theologien und alles. Und er ist... Du hast die Bibel zu zeigen? Ich habe... Ja, gib mir die Plastik. Benny. Ja. Gib mir das. Okay. Entschuldigung. Du hast nicht auf den Boden. Sorry. Yes. Das sind die drei Bücher von Christian Prince. Sex and Allah. Das ist gerade auf Englisch noch. Und ich habe dabei auch das. Das ist ein sehr, sehr, sehr heftiges Buch, was die Muslime sich aufholen müssten eigentlich. Was eigentlich abgeht bei euch in den islamischen Quellen. Ich bin Gott so dankbar, dass ich eine Möglichkeit habe, auch die Tiefen des Islam zu studieren, dank ihm auch. Und wir haben ja auch das andere Buch, Allahs Täuschung, was ich auch jedem von euch empfehlen kann. Und sein neues Buch, die wissenschaftlichen Koranwunder unter der Lupe. Ja, wir wollen die Täuschungen und die Lügen der Muslime aufdecken. Und der Herr hat uns ja auch dazu berufen, dass wir die Finsternis aufdecken sollen, und dass wir keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben sollen. Und darum geht es auch. Wir decken die Machenschaften des Islams auf. Denn Allah ist für uns jemand, ja, ich will es jetzt nicht wieder aussprechen, er heißt es, oh du hetza hetza. Aber für die Christen wissen wir alle, wer Allah ist. Denn Allah ist der Herr der Morgenröte. Er sagt es selber in Sura 113. Und in Jesaja 14 lesen wir, dass der Sohn der Morgenröte Luzifer ist. Also ich brauche nicht mehr zu erwähnen, wer Allah ist. Und ich freue mich, dass Ola Christian Prince hier ist, und dass wir mit euch durch die islamischen Quellen durchgehen können und einen wunderbaren Livestream haben. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Frage. Bitte. Du weißt, Christian, bevor wir über Fragen sprechen, du weißt, ich mit den Muslimen agree. Wait, do, do, came the voice good for everyone, for here? Frag die Leute selbst. Ja, kommt die, kommen unsere Stimmen gut rüber von CP und mir. Hört ihr alles, könnt ihr alles verstehen. Warte, was bist du dran? Is my voice good? Why not? Ja, we come, ja, perfect. My voice is good, my voice is good. Auch die Stimme von Christian Prince kommt auch gut, Leute, im Chat. Ja, jemand sagt, you have to turn up a little bit. Alright, I will scream. Come near, come near. Come near, near. In the middle of me, so... We're in here, Tim. You can also sit here, Benny. You can do that. It's alright, it's alright. Actually, I like it this way. Alright, you can also sit here. Alright. We'll just roll you off. You see, the first corruption we see in the mouth of the Quran, which means the author of the Quran. If you go in the Quran, chapter 3, verse number 3, you will see the Quran mentioning the word Injil. I want to be with the Muslims, because when they are at home, Right. And they have the Quran inside, and they open it, and they look it for themselves. We will open the link for, actually, for the second one, the second link, please. The second link in Skype. Alright, this is chapter 3, verse number 3. You can go down, and you can show the German translation, which will make it easier for people to see. German, here we go. Alright. If you read in the German, go back to number 3. It's a small one. Alright. If you can make it more bigger as text for people to see. Number 1. You will see there, it says, that Allah, He sent down the Injil. In Arabic, the word is Injil. And the question is, if the Quran is not a corrupt book, and if the Quran speaks that Jesus was a messenger for the Jew, how in the word, the word Injil, appear, there as a name for the book of Jesus. In case people do not understand what I'm saying, and I will still don't say you can translate. It's hard for me to translate it. Yeah. The word Injil, first of all, is not Arabic. Also, das Wort Injil in sich ist nicht Arabisch. And the word Injil is not Hebrew. Und das Wort Injil ist auch nicht Hebräisch. But the Muslim believe that Isa was sent only to the Jews. Und die Muslime glauben, dass Isa, dieser islamische Jesus, zu den Juden gesandt wurde. So how he was sent to the Jews, but yet, the book, his name, or the book name is Greek. So, mach mal da, wieder da drehen. Da ist doch dieser Hebel zum Drehen. Nein, es geht um den Bildschirm zu hell. Sehr hell. Das ist gar nichts hier so. Mach mal vielleicht aus und wieder an, dann ist das Licht nicht so hell. Nein, das hat keine Wirkung. Geht das, wenn man ausmacht, sieht man den anderen? Mach mal aus, bitte, kurz. Sieht man doch noch. Nein. Der Bildschirm ist nicht so hell. Es ist so hell. Es ist nicht so hell. Es ist nicht so hell. Nein, nein, nein. Es ist so hell. Es ist so hell. Du musst es ein bisschen größer machen. All right. So, das Wort Injil ist Griechisch. Das Wort Injil ist Griechisch. Jesus ist ein Gesandter für die Jews, according to Muslims. According to Muslims, he was a messenger only for the Jews. Also, dem Muslimen nach ist der Jesus, dieser Isa, ein Gesandter für die Juden. So, how he is a messenger to the Jews, but yet his book is having a Greek name. Und wenn der Jesus zu den Juden gesandt wurde, warum hat sein Buchname das griechische Wort? And the word, when it's used in the Quran as Injil, obviously, the one who choose that word, he do not know other words of the Bible of Jesus. Which means he is using the version, which is the Greek version. So, how the Quran, Allah, is choosing the Greek version, but not the Hebrew version. Aber warum benutzt der Autor des Korans nicht das hebräische Wort, sondern das griechische Wort für Evangelium? To make it simple, if Jesus was a messenger to the Jews, then his book had to be in Hebrew. What? If Jesus was only a messenger to the Jews, Wenn Jesus nur ein Gesandter für die Juden war, According to Muslims, this is what they believe, Also, das glaubt ihr Muslime. Then the book had to have a Hebrew name. Dann müsste das Buch einen hebräischen Namen haben, not a Greek name. Nicht einen griechischen Namen. So, how the name became a Greek, and Allah, he sent Jesus to the Jews. So, imagine, I say that I send Jesus to the Japanese, but his name, book, is in German. Ja, also, wie kann das sein, dass man jemanden sendet mit einer, mit einer, mit einer language, oder? Because the language here is the, is the Greek, it's Injil. You know, the word in Arabic is Injil. So, how it is Injil, but the book in Hebrew. Because he spoke to his people, what language? He was sent, that the Quran says, I never send the messenger, unless he speaks in the language of his people. So, Jesus was sent to the Jews. What language of the Jews? Hebrew. So, the book have to be named, in a Hebrew language, the name Hebrew, and the inside Hebrew. Ja, also, der Issa, dieser Issa wurde ja zu den Juden gesandt. Und das müsste ja auch ein jüdischer Name sein, dieses Evangelium. Aber es ist auf Griechisch gemacht. Also, dieser Name ist Griechisch. And the Muslims are thinking the, 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 the Quran is pure Arabic. Right, and not only that. If you go to chapter 14, verse number 4, it says there, let me try to get you the links, so I can not make it for us. Yeah, in chapter 14, verse number 4, that Allahi never sent a messenger, but in the language of his people. Das ist ein Klassiker. Und wir schickten keinen Gesandten, es sei denn mit der Sprache seines Volkes, auf das er sie aufklärte. Dann erklärt Allah zum Irrenden, wen er will, und leitet recht, wen er will. Da sehen wir schon wieder diese kürfliche, do you see the devilish of Allah, he wants to, what is it, to let people astray. Right, I let people astray, I let people astray. Right, yeah. But it's important for me here in this, in this point, that Allah is saying that he sent the book. In every language, huh? No, actually, he sent the book only in the language of the people, which means, if you go in chapter 14, verse 4, it says, that I never sent, I never, never, which means there's no exception. Okay. I never sent a messenger, unless he speak the language to his people, so they might understand. And this is a good logic. Translate. Can you repeat it, please? You know, Allah is saying here, I never sent a book, except in the language of, in the tongue of his people. Yes. Hier in Suche 14, Vers 4, steht drin, dass Allah jemanden sendet mit der Sprache eines Volkes. Also, zu jedem Volk hat der eine Sprache, also, jemand mit seiner Sprache gesagt. And the point, which is logical, is to understand. And this makes sense. Und die Logik dabei ist ja, dass die Leute das auch verstehen. You don't want to speak to people in language, that they understand. Ja, you don't want to speak to people in language, You don't want to speak to people in language, that they don't understand. Das wäre ja dumm. But this verse alone is proving that the one, the author of the Quran is a stupid. Also, dieser Vers beweist, dass der Autor des Korans einfach nur dumm sein muss. Because in Chapter 3, verse number 3, the book name is a Greek name. That means that the Injil is a Greek book. And at the same time, the same verse is speaking about that he never sent a book unless in the language of the people. That means how Allah, he never sent a book to the language of his people and then he sent a book to the Pakistani or to the Afghani or to the German. He said, confirming, We never send a messenger except in the tongue of his people. So now, is the German people having the tongue of Muhammad? No. So how Muhammad can be a messenger for the German? It doesn't make sense. Translation. Ja, wie kann der Muhammad auf einmal ein Gesandter sein für die deutschsprachigen? Wenn Allah zu jedem Volk jemanden gesandt hat, der mit der gleichen Sprache dann kommt, um den zu unterrichten. Especially in Islam you have to pray to Allah in Arabic. So you are a German, do not know Arabic, but you have to pray in Arabic. How this will work? It's like a stupid thing. It's why I asked myself when I was a Muslim, I have to learn Arabic to pray to my God five times a day. What is that? My God understands Arabic? Arabic? Yeah, but most of Muslims don't speak Arabic anyway. No, 90% are not Arabs. Now, let us go, I don't know if you translate this part, let us go and see the corruption of the corrupted Quran. Okay, lasst uns jetzt losgehen und in die islamischen Quellen eintauchen und die Verfälschung des verfälschten Korans durchgehen. All right. You know, I want to show a Hadith in the screen. Weil ihr Muslime glaubt ja sowieso, dass die Bibel verfälscht ist. Jetzt gucken wir mal und lassen mal einen Experten ran, wie der Koran verfälscht worden ist. Pass mal auf. And I challenge any Muslim to tell me that this is a fake Hadith and it's not accepted and blah, blah, blah. Übersetzlich. Und der will, dass irgendein Muslim kommt und ihm sagt, dass dieser Hadith daiv oder schwach wäre und ein fake Hadith wäre. Go down, please, in the page. It says You see what is written in the green letters. Here you see it says It's mentioned by Hadith Barani the following. And I will highlight the text in Arabic so those Muslims who speak Arabic they can read with me and I challenge I don't want to say I am lying. Okay, also für diejenigen, die Arabisch sprechen und lesen können, könnt ihr mit ihm lesen und er fordert euch auf, nicht zu sagen, dass er lügen würde. Tabarani reported that a group of the Muslims from Al-Ansar the companion of the Prophet they came to the Prophet and they told him the following. Man, say, please. Also Tabarani berichtet dass Leute, also, what did you say? A group of the Muslims from Al-Ansar also eine Gruppe von Ansar, diese Supporter von Muhammad they came to Muhammad die kamen zu Muhammad in the middle of the night. In the middle of the night. Also in the middle of the night. And they, sorry, speaking about a man who woke up in the middle of the night tried to recite the Quran. Also die sprachen über einen Mann der mitten in der Nacht aufstand um Koran zu rezitieren. But he could not remember anything of it. Aber er konnte sich nicht an irgendwas erinnern. And here it says Und da heißt es And he was not able to remember anything of it. Except Bismillahir Rahmanir Rahim. Und who can not remember? Mohammed? No, the Muslim guy. The Muslim guy. Also dieser muslimische Typ hier in diesem Dings konnte sich noch nichtmals an irgendwas ändern außer Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is only that only three words he remembered from the whole chapter. Also der konnte nur diese drei Wörter behalten. Then he came to the Prophet the door which means to his house. Also ging jetzt zum Propheten und klopfte an seiner Tür. In the morning. And then another one another one another one like many muslims they came to solve this problem because none of them is remembering it. What? Sorry? In the morning not only this guy many that are trying to remember the Quran they could not. It says So another one another one another one another one they came and they gathered together and all of them asking themselves like we cannot remember the Surah. Also die konnten sich alle es gab auf einmal mehrere die konnten sich noch nichtmals an irgendwelche Suren erinnern. Then they asked Allah Prophet the messenger of Allah to meet with him. Also wollten sie dass die sich mit dem Propheten treffen. And he told and they told him the story that we cannot remember that this is what happened we cannot remember anything about the Surah. Also die können uns an keine Surah erinnern. So the Prophet he did not answer and he kept his mouth mute which means shut. He didn't say anything. Also der Prophet war irgendwie erstaunt aber er hat irgendwie nichts gesagt. Er hat seinen Mund gehalten. Which means the Prophet he said to them hmmmm. Also der Prophet sagte hmmmm. And then after an hour you know und nach einer Stunde he came back and he himself did not remember it. Und er hat sich gar nicht mehr daran erinnert. Und dann sagte der Prophet und das ist großartig und ich möchte dass die Muslime genau aufmerksam zuhört. Und was er jetzt euch zeigt. Passt auf. Also er sagte dann gestern sind diese Verse von euch gegangen so wie Naseh und Mansuch he? Na und Nusikha. But the funny here this is not about Naseh because here he forgot it. Also hier geht es nicht um Naseh und Mansuch diese Abrogation sondern die haben es einfach vergessen. The Muslim forgot the chapter. Muhammad forgot the chapter. Und niemand kann sich daran erinnern. Und niemand kann sich daran erinnern. Guck dir das an. Und das lustige daran ist dass Muhammad gesagt yesterday es war abrogated. Und das lustige daran ist am nächsten Tag gestern haben sie es vergessen. So why Muhammad did not say to them when they came to him oh yesterday it's abrogated why he waited all the way to the Maha? Und dann bis zum nächsten Tag wartet den Susann bis es abrogated. Und wie Allah made them forget the Quran there's many verses in the Quran they are not valid not valid but they remember. Allah didn't in Quran vergessen lassen. And look Muhammad himself forgot the Quran. Muhammad himself and the Muslims all of them are forgetting the Quran. There is a hadith in Sahih Bukhari. It says there this is the story in front of us. You know? And yeah there is more there is more hadith about Muhammad forgetting the Quran but the story here is very important that all the Muslims could not remember from a chapter anything except Bismillah Allah 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 did not make them forget Bismillah Allah 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 didn't not forget Bismillah Allah and based on this story where does the chapter have only one verse it's called Bismillah Allah Allah because as long it says the surah as we see here it says surah which means a chapter also da sehen wir dass es eine surah ist not a verse nicht ein fern so now we have still we have something left of the chapter it's Bismillah Allah I want Muslims to show me which chapter in the Quran is only Bismillah we can't find that also zeigt mir ein Kapitel wo nur Bismillah is which means the Muslims they deleted even what they remember what is left of what they remember also die Muslims haben sogar selbst das rausgeholt was überhaupt noch übrig geblieben is it allowed for the Muslim to delete Bismillah Allah because here there is a chapter they forgot most of it yes also die haben sehr vieles davon vergessen but they remember the first verse what it says Bismillah Allah so they should keep it at least und sie sollten es bleiben halten which means now they deleted the verse which is left and the rest of it is forgotten already also die sie haben den vers weggeschlichen und die ganze sohe ist auch irgendwie weggekommen und guck dir das mal now based on this story this is Sahir because the most people say oh no there is a chain narration he is not a good Muslim and I know the Muslims but you see every time I try to show them the most popular scholars in Islam like Irving Castier or even Abbas and they go in the narration and say oh look at this he is one of the we don't trust him this is some hadith which we don't can trust but even Abbas says why he put it in his books is stupid or what you know the Muslims don't trust even Muhammad you know if you remember when the Muslims they accused Muhammad that he stolen in chapter 3 verse 161 okay also es geht in dem vers in chapter 3 161 yes 161 we we have to zoom because the TV is so not 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 let me try to find you the interpretation so the Muslims they will not say we are making fun and making up lies chapter 3 verse 161 let us go to Tafsir wait I read for them it it is no prophet to something to untrue and who untrue will bring he untrue at on day of the resurrection then will every soul come to what she earned and there is no unrighteous to to give so and now let's go to the Tafsir and the Erläuter to this verse to this is Tafsir al-Jalalaim and Al-Jalalaim as I remember he is not a christian and Al-Jalalaim is not this one the last one I sent you the last one alright it says when some red velvet close went missing also velvet is Seiden or what yes a piece of clothes mostly it's underwear when some red velvet close yes missing in the day of better better is the day when the Muslim is attacked to steal the caravan they attacking the Arab the tribes so they can steal their money and in that day there is a piece of clothes missing yeah also die Muslime waren ja wie immer die Leute am angreifen und an diesem Tag sind irgendwie Klamotten verschwunden und diese Klamotten sind von der gestohlenen Ware quasi also die Muslime haben den Mohammed sogar beschuldigt dass der Prophet sogar das er bettet as you see with me first of all for those who are watching this is the king of Jordan website this is not a christian website or private website this is official government website ja also das ist die offizielle regierungsseite von Ahl al-Baid also dieser Türk von Jordanien behauptet dass er sogar zur Familie von Mohammed von Jordan von Jordanien and the translator is his name is Firas Hamza und der der jenige der das übersetzt hat ist Firaz Hamza und die interpretation ist von Al-Jahran also er hat das aus dem Buch von Al-Jahran Al-Jahran uns übersetzt also es ist ein Muslim der das übersetzt hat perhaps the prophet took it perhaps is maybe the prophet took it there you will see that they are talking about the prophet doing Yagul which means he did fraud fraud you know what fraud fraud is a guy who do like you know I scam you like he did a scam he's a liar he's a thief he's a fraud you know so Allah he made a verse sing also Allah macht a verse and says okay you know how you accuse the prophet to be a thief okay we could you say that he's a thief he's a thief but if you listen carefully and read the verse you will see how stupid the verse which is made by Mohammed to prove that he is not a thief also you will gleich sehen wenn ihr den vers aufmerksam liest wie dumm er eigentlich ist im Kern if i am god and i am going to defend Mohammed that he is not a thief shouldn't i say who stole the underwear okay because until now the underwear is missing so Mohammed is not the one who took it can't Allah tell us who took it so what is saying Mohammed did not took it but Allah would not tell us who is the one who took it was nütz is to say that Mohammed did not stole but said who was stole he is defending Mohammed that he is not the thief but this is God he see everything so shouldn't he say okay who took it maybe christian prince let us go to the house of christian prince and the underwear is there and very difficult so Allah keep it as a secret for Mohammed for we know now for sure that Mohammed is the one who took the underwear because if it is not him Allah should say go to the house of this guy you find it there Allah sees who is who is know we know that Mohammed did not stole but Allah does not the thief and not who is what should do so I just this verse trying to defend Mohammed but the fact it confirmed that Mohammed is the one who stole the underwear and I remember I mentioned this we have a chapter in your book we don't want to go out of this topic here because here I mentioned this because you said the Muslim don't trust this guy and this guy they don't even trust Mohammed they accuse him of being a thief for underwear I cannot even put the laundry my laundry next to the house of Mohammed and based on this verse I advise Muslims not to put their laundry in Mecca because Mohammed is still there and he might grab it what would you how in the world are Muslims who they are the companion those are the best of the Muslims accusing him yes they are the best of the Muslim yet they accusing their best to be a thief if the best is a thief accusing him to be a thief imagine if the apostles of Jesus saying such thing is so much to use that can the arabic text for arabic 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 is the whole story the green one no the green is the verse the verse now this is the explanation in English in English so it's not for a prophet to be a thief this what the verse is saying but yet he did not tell us who is the thief so here we notice that Muhammad here he confirmed that he is a thief because if he is a prophet he should tell us that Allah told him who is the one who is the real thief yeah he just confirmed to me that he is a thief because as you see okay if Muhammad did not took who took it what the point of this verse you know that makes sense Allah is God if he is God he knows everything he says everything you know you Ich hoffe, ihr Muslime geht mit uns Stück für Stück alles durch, damit ihr begreift, in was ihr eigentlich da reingetappt seid. Vertraut nicht euren Imamen und Shays. Glaubt es mir, ihr werdet eure kostbare Seelaufspiel sein. Wenn ihr in Kapitel 3, Vers 49 gehen könnt, dann sehen wir, dass Jesus sagt, ich sage euch sogar, was ihr in euren Häusern schickt. In Kapitel 3, Vers 49. Und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels, zu denen er sagen wird, gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus Lehm etwas schaffe, was so aussieht wie die Gestalt eines Vogels. Und dann werde ich ihm einhauchen und da wird es ein wirklicher Vogel sein. Und ich werde mit Allas Erlaubnis die Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen und werde Tote mit Allas Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert. Darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Also laut diesem Vers weiß Jesus, was die Leute essen werden und was in ihren Häusern aufgespeichert. Das Verborgenen kann er sehen. Wie kann Allah, euer Allah in Surah 3, Vers 3 war das, nicht sagen, wer der Dieb ist. Also hier sagt der Vers, dass die Möglichkeiten des Herrn Jesus, der Gännis Verborgene sehen. Also der Vers, Surah 3, Vers 3, zeigt uns, dass Allah überhaupt nichts weiß. Alles, was wir haben, ist, dass Mohammed die Unterhose nicht gestohlen hat. Also ich frage die Muslime, basiert diesen Vers in front of uns, um zu Jesus zu betrachten, damit er sie ihnen antwortet und sie ihnen sagen, wer derjenige, der die Unterhose hat. Laut diesem Vers könnt ihr zu dem Herrn Jesus beten und er sagt euch, wer die Unterhose gestohlen hat. Also Allah weiß es nicht, aber der Koran bestätigt uns, dass Jesus ins Verborgene sehen kann. Und Jesus sagt euch sogar, was ihr in eurem Haus esst. Also es gibt sieben Milliarden Menschen. Wie kann uns Jesus sagen, wer was ist oder wer was in seinen Häusern gespeichert hat? Also es gibt keinen Computer, keinen Prozessor, der so etwas überhaupt die Möglichkeit besitzt. So etwas ist so. Just to load it in, even if we get it right, we collect it from person by person, even there is no processor, kein Prozessor. But Jesus, he can tell anyone of us, anytime, what you ate, what you hide, what you did. Wow, er kann also ins Verborgene, also wir können weitermachen und die Beispiele, die er nennt. Also ihr seht glasklar, dass der Herr Jesus, auch dieser Issa, der im Koran, weil es wird immer ein bisschen Wahrheit in die Lüge reingepackt. So dass er die Menschen, Wahrheit mit Lüge, aber wir erkennen, die, die den Heiligen Geist haben, erkennen, was der Jesus im Koran ist. Also Allah war dann beschäftigt, die Verteidigung Muhammads mit dem Unterhosen. Jesus was healing the lipper and making the dead people come from the grave. Und Jesus hat die weißgefleckten geheilt und die Toten auf erweckt. Und er macht Wunder, die eigentlich nur Gott tun kann. Aber die Muslime sagen, oh, mit Allah's, um, erlaubnis, was ist das normal? Ja, mit Allah's, mit Allah's leave. Aber das ist lustig, weil ich kann sagen, Jesus, das ist mein Leben. Ich kann sagen, das jetzt, ich kann sagen, Jesus, walk in die Wasser, weil ich bin ein Christian Prinz, ich habe ihn zu tun. Ja, das ist lustig. Wir haben, das Versus, das kann Jesus, das kann. Also der Herr sagt, dass der Jesus so was kann. Kann die Muslime confirm, dass Allah ist der One, der will, ihn? Können die Muslime zeigen, dass Allah ihm das erlaubt hat? Allah, he taught Muhammad, that read time to read, still Muhammad cannot read. Also es gibt ja den Vers in Sahih Bukhari, wo Jibreel kommt und dem sagt, lies, Iqra. Und der Muhammad sagt, ich kann nicht lesen, dreimal, versteht ihr? And Jesus, if he told that donkey, trust me, read, he will read in all languages. Und Gott ist, wenn Jesus so ein Esel sei, einmal liest. Nein, wenn Jesus so ein Esel ist, weil er es Gott ist. Bidiam kann auch einen Esel reden lassen. Bidiam, genau, wie ich schiebe mit Bidiam. Oder auch einen Esel reden lassen hat. Based on this verse, Jesus, he raised people from death. The question is, based on what authority you raise people from death. Also mit welcher Autorität, dann laut diesem Vers, er weckt der Tote auf? Muhammad, according to Muslims, he had a children who died in the front of his eyes and he was crying over their graves. Oh, und es gibt Überlieferungen, wo Muhammad seine eigenen Kinder sterben sieht und er war am weinen und er konnte nichts tun. And he could not recover them and he could not do anything. Und er konnte sie nicht wiederbeleben oder er konnte überhaupt nichts tun. So, warum wird dem Herrn Jesus denn, also diesem Isa, diese ganzen Möglichkeiten, diese ganze Kraft und Power gegeben, um diese göttlichen Eigenschaften nach vorne zu treiben und das zu tun? Und Muhammad, wenn wir jetzt beide miteinander vergleichen, Jesus und Muhammad, weil im Islam sind das ja beides nur Propheten. Und wir sehen eindeutig, dass Jesus, dieser Isa, zehn Millionen Mal mächtiger ist, als alle anderen Propheten, die überhaupt hier genannt werden. Und als Muhammad selber. Und als Muhammad selber ist es zehnmal höher. Ist denn der, der erschafft, nicht gleich der nicht erschafft? Der Herr Jesus hat ja einen Vogel erschaffen. Der hat da eingehaucht. Das ist aus dem Thomas-Evangelium geklaut worden. Ja, wir wissen das alle, dass das aus dem Thomas-Evangelium geklaut wurde. Und der Koran ist die verfälschte Bibel. It is not really a book of God, as much as it is a copy of corruptions. Wenn du das jetzt nur schnell finden kannst, damit er das in Google einfach so eingeben muss. Ja, hat er schon hier. Ja, aber jetzt muss er ja suchen schon. Er hätte bei Google einfach das eingeben sollen. Ja, klar. Weiß nur, dass ich bin. Was did you say in the CD? I'm saying, those verses are proof that Muhammad himself is nothing but a thief. Okay, diese Verse beweisen, dass Muhammad nichts anderes als ein Dieb ist. Er hat alle Schriften gesammelt, was über die Wundertaten Jesu da ist. Und die Frage ist, alle wunderbaren Sachen, die dort beschrieben sind, inklusive dem Vogel einhauchen, Leben einhauchen, Also, der lässt die Menschen aufstehen. Macht die Blinden sehend. Heilt die Kranken und die Leberkrankten. Und er zeigt euch, was in eurem Haus verborgen ist. Er liest eure Gedanken. Ist das der Grund, was ist das? Ist das der Grund, was der Koran uns sagt, dass wir an so einen Propheten glauben sollen? Because I believe in Jesus is God because of those miracles. Wir glauben an Jesus als Gott, weil er diese Dinge vollbracht hat. Das stimmt. So, obviously, if this is a miracle from Allah, Allah is a stupid God, for ye that give Jesus too much power to the point he made us think he is God. Also, Allah hat ihm zu viel Macht gegeben, sodass die Christen daran glauben, dass Jesus Gott ist. Also, er muss irgendwie nicht ganz... Bruder, geh mal auf den Vers, da steht es eben. Einen da drüber. Guck mal, das ist aus dem Thomas-Evangelium. Seht ihr auch die Kommentare, die da sind? Also, der Koran macht eine kritische... Wer hat es mehr verdient, angebetet zu werden? In Kapitel 22, Vers 73, im Koran, der Koran sagt, Wie könnt ihr einen jemanden anbeten, der noch nicht mal eine Fliege erschaffen kann? Also, wenn du an jemanden glaubst, der Gott sein will, dann musst du laut diesem Vers an jemanden glauben, der wenigstens etwas erschaffen kann. Und hier sehen wir, dass Jesus aus Lehm einen Vogel erschaffen kann. Also, der Koran setzt die Regeln. Wie können die Muslime sagen, dass Jesus nicht Gott ist? Ja, also, wenn jemand einen Vogel aus Lehm erschaffen kann, dann geh und bete den noch an. Und im selben Atemzug sagen die Muslime, dass Allah ihnen die Erlaubnis gegeben hat, Vogel zu erschaffen. Also, hat Allah seine Fähigkeiten zu erschaffen mit Jesus geteilt. Also, ich als Christen lerne aus dem Koran. Also, hier gibt es zwei, die erschaffen. Allah und Jesus. Aber wie kann Jesus nur ein Prophet sein, wenn der Koran sagt, dass er ein Schaffer ist? Oder jemand, der Schöpfer. Schöpfer. Schöpferische Fähigkeiten hat. Also, er macht aus Lehm, macht Form, einen Vogel. Und this is exactly how Allah supposedly he made a shape of Adam. Adam, also genau das gleiche hat Allah mit Adam gemacht, als er ihn erschaffen hat. Und Jesus sagte, ich werde darin einhauchen. And this is again in chapter 3, verse number 49. Und das ist gegen chapter 3. 49. Ach, das ist gegen Surah 3, verse 49. He said in the verse, and I breathe into it. Und er sagt, ich werde darin einhauchen. Which means, from the breath of Jesus life come. 3, 49. 349? Yes. This is in 22. 242, 32. And what did he say? Which means, when Jesus, he said, not only, he said, I made a shape of a mud, then he continues saying, and I breathe into it. Also, der, ähm... I breathe into the mud, the shape I made. Ja, also, diese Form, die ich gemacht habe. Und ich werde darin... And then it's going to become a living bird. Und dann kommt ein lebendiger Vogel darauf. So, what does that mean? The breed is coming from Jesus, because they're... Also, dieser Hauch, dieser Ack, der kommt von Jesus. I breathe, I. Ich werde darin einhauchen. He didn't say, I made shape and Allah is green. Er sagt, ich mache Formel, dass auch Allah will darin einhauchen. No, he said, I breathe. Er sagt, ich werde darin einhauchen. So, from the breed of Jesus... Also, von dem Atem von Jesus... Life is a creator. ...Leben entsteht. How in the world he is just a man. Und wie in... Verdammt, man kann ja dann ein Mensch sein. Angels cannot do that. Engel können das noch nichtmals tun. Mohammed cannot do that. Mohammed selber kann das nicht tun. And there is no proof that Allah can do that. Allah in this ability to the point he could not make Muhammad make one miracle. Und zu dieser Zeit gibt es keinen einzigen Beweis im Koran, dass Allah in irgendwelche Wundertaten vollbringt. The Muslim, they mention to us that in the chapter of the moon, Muhammad, he split the moon. Ah, okay. Now, if the spit of the moon is a miracle, that will be the most funny miracle. because in the same miracle it's raised. Oh, wait, I have to translate because I... It flows everything. Please translate. The funny about the miracle of the moon. Also, das Lustige an dem Spalten des Mondes. That the moon split and it was glued again. Es wurde wieder zusammengeklebt. Also, es wurde dann wieder zusammengeklebt, nachdem er das Wort feiert hat. The Muslims, they post in the Internet that there is a crack in the moon. Also, die Muslime posten in the Internet, da ist ein Krater im Mond. In fact, this is just a normal valley and it's not a crack. The moon is not split, it's not to pieces. If the moon is split, it's going to be destroyed. Also, wenn der Mond gespalten wird, dann ist der Mond kaputt, vernichtet. Because not only the moon will be destroyed, the earth will be destroyed. Because the earth will grab the part which is facing the earth. Also, die Gravitation würde natürlich komplett aus den Rudern reißen und die ganze Erde würde natürlich komplett demoliert werden, wenn das passieren würde. Weil die Erde mit dem Mond total verbunden ist, auch mit der Gravitation und alles. If a rock in the size of a building, it's enough to destroy the earth. What's the word? Half of the moon. If a rock, rock, hit the earth in the size of a building, it's going to be more powerful than like a nuclear weapon. Big, it might destroy the earth. From far away. Also, wenn ein Stein so groß wie ein Berg oder wie ein Haus hier auf die Erde rast und einmal eintrifft, dann ist es die erste Show mit dieser Geschwindigkeit. So, there is no proof of it scientifically. Okay, okay, jetzt zeigt uns der Christian Prinz, woher der Mohammed das geklaut hat und sich ihm zugeschrieben hat. Passt auf, ihr Muslime. Lernt bitte. Geht nicht so bekloppt mit eurer Seele um. Ich sag's euch. In the same chapter, which is chapter 54, verse number 1, it says, Wait, do we have to open it? 44, verse number 1. 45. Das ist richtig. 54, verse number 1. Does it say that the judgment day is very near? It's very near, yes. That is a false prophecy. Ja, das ist ja false prophecy. Also, hier ist wieder eine falsche Prophezeiung, weil... And look like, somehow, Mohammed was Jehovah's Witnesses. Also, kommt das so vor, als wäre Mohammed ein Zeuge Jehovah's Witnesses. He told us about judgment day is coming and he said in Arabic, Iqtarabat is not only near, it's like in the corner, it's there, you know? Damit verbunden, dass das Ende des Weltes ist. And actually, he claimed, that the moon is splitting because the judgment day is not only near, it's started. It's schon da. Also, ja, genau, diese Aktion ist jetzt gerade schon da. So, what happened, what happened is very simple. It was the eclipse. And Mohammed, he used a poetry of Imr al-Qais about an eclipse, you know of eclipse? When the sun and the moon, they line up, so they got crazy and the moon is split and the judgment day. Allahu Akbar, take a beer, take a beer. And you know, the whole world is going crazy. And judgment day, here it's not about judgment day is near, it's started because the moon is split. Yeah, yeah, also, hier in diesem Fernsehen, das ist jetzt schon gespeinert, das ist jetzt schon die Stunde des Gerichts. Das Gerichts, ja, das Ende der Welt. So, what happened, Allah started the engine of the judgment day and then he switched it off? Also, Allah hat jetzt die Stunde der Wahrheit jetzt auch angekündigt, das Gerichts. Oder maybe his battery was off? Or battery? Battery. Also, oder war er seine Batterie leer? Because you know, Allah bought my battery. Also, Allah arbeitet nur mit Batterie, also der. Now, we go back to the corruption of the Quran. Also, wir kommen wieder zurück zum... Also, das ist... Who was this guy? Sehr wichtig, das ist 451. Was this guy, who Mohammed stole the story? Imr al-Qais. Imr al-Qais. Imr al-Qais. Imr al-Qais. Imr al-Qais is very good. Do you have a salad for this, for this poetry? Actually, it's on my book. If you go, if you get my books, you have all the books. Okay, that's the... Okay, that's the... I have the points of Al-Qais and etc. I want to just concentrate now in the Quran. We mission those things to cover, to make a presentation for everybody. Also, wir versuchen daraus eine ganze Präsentation zu machen, damit jeder mal sehen, kann, was überhaupt hier los ist. This is a book of madness and stupidity. Also, das ist ein Buch der Verzweiflung und der Dummheit. No. Der Verrücktheit. Oder der Verrücktheit und Dummheit. Auch wenn es das weh tut. Wir müssen die Wahrheit lasen. Wir müssen die Wahrheit lasen. Die können das auch über die Bibel sagen, ob das das Verrücktheit ist. Wir haben auch nichts dagegen. Es gibt, letztes Mal, mein Bruder und ich waren unterwegs und haben Traktate verteilt. Da kam ein Pole, ein Katholik, und wir haben versucht, ein Pferd zu geben. Weißt du, was er zu uns gesagt hat? Ich punktpunkte deinen Jesus. Dein Jesus ist ein Punktpunktsohn. Ein Katholik. Ein katholischer Typ sagt das so. Manchmal nicht so, warum sagst du das zu uns? Also, warum sagst du das? Was hat der Herr Jesus dir getan? Oh, ich punktpunkte deinen Jesus und sowas. Er war richtig wie Dämon. Ja, boah. Ein Pole war das. Und das zeigt, dass Religion da einfach... Aber was ich euch damit sagen will, habe ich ihm was getan? Nein. Hat mein Bruder ihm was getan? Nein. Wir haben für ihn gebetet. Wir haben gesagt, Herr Jesus, bitte vergib ihm für sein Verhalten. So sieht es aus. Wenn man das mit Muslimen machen würde, was würden die Muslime machen? Die würden so ausflippen. Deswegen, der Herr hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würdet ihr um meines Namens willen kämpfen. Wir sollen nicht mit dem Schwert kämpfen oder Menschen bedrohen und kaputt schlagen. Ja, und die meisten Muslime sind ja friedlich. Mit denen kann man ja auch hart reden. Das sind ja nur die ein paar Prozente, die eben bereit sind, Gewalt anzureden zu haben. Und die meisten Muslime sind ja, man kann mit denen reden. Von daher muss man auch wissen, so... Ich bin auch glücklich, als ich die zwei Muslime getroffen habe und eine sehr, sehr schöne Konversation mit denen hatte. Wir haben ungefähr drei Stunden miteinander geredet. Und die haben alles gesagt, was sie wollten. Ich habe alles gesagt, was ich wollte. Und am Ende haben wir uns umarmt und dann sind wir gegangen. Ja, alles gut. Ja, jeder kann auch schon wieder... Und da hat er mir bestätigt, meinte er, deine Videos, die lösen eine sehr, sehr große Detonation unter den ganzen Muslimen aus. Ja, okay. Und das muss auch so sein. Der Herr benutzt nicht, damit wir vorankommen, damit die Themen, die wir hier ansprechen, nicht verloren gehen. Weil es ist so wichtig. Ihr könnt jeden Tag in den Tod gehen und das war es dann mit euch. Und ihr kommt dann nicht mehr zurück. Es wird eine Reise ohne Rückkehr. Und deswegen möchte ich nicht, dass ihr ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod geht. Deswegen meine Intention ist es, mit Liebe voranzuschreiten. Damit ihr eine Möglichkeit habt, die Wahrheit zu sehen. Weil die Imame und Schicks, das uns nicht zeigen. Okay, back to the topic. I understand every Chinese word you say. I try to speak to the Muslims because they are deceived, you know, by Allah. We go back to the Qur'an, which is the book. We prove already this book is corrupt. As we have, we bevise this. Which means the original is corruption. We are not speaking now about a book is corrupt. The Qur'an, by quoting those things, obviously Muhammad is a false prophet, which means everything is corruption in there. So we are not trying to prove the Qur'an to be, there was a good Qur'an and there is a bad Qur'an. The Qur'an is corrupt from the beginning and the proven in front of you, this is the whole false prophet he claimed, the gentleman started it. Also hier ist schon die falsche Prophezie und das zeigt uns auch, dass der Qur'an von Anfang an schon ein falsches Buch ist. Und noch ist eine falsche Prophezie, also es muss ja ein falscher Prophet sein, wenn er die Stunde des Gerichts mit dem Mondspaltum zusammenkommt. Und wir sind ja schon 1500 Jahre schon weg. Genau, das Buch ist von Anfang an corrupt gewesen und wurde dann noch mehr korrupter. Ja, weiter. Genau. Okay, gut. If you open the link for me, I send you, please. Das ist, das geht jetzt so scharf. Ja, jetzt muss man nur, wenn er redet. Ja. Okay, das ist das Buch von Imam al-Suyuti. Abi Bakr al-Suyuti. Abi Bakr al-Suyuti. Jalaluddin Abi Bakr al-Suyuti, he is one of the most powerful scholars in the history of Egypt. Also, er ist einer der wirklich kraftvollsten Gelehrten im ägyptischen Raum gewesen. And he is approved big time by Muslims. Also, er wird von den Muslimen weltweit sehr anerkannt. Sehr, sehr anerkannt. In the same page, it's referred to many verses we cannot find in the Quran. Also, er sagt in seinem Buch, dass wir Verse finden, die wir heute nicht mehr finden im Koran. I will show the Muslims some of it, especially those who speak Arabic. And sadly, most of them, they don't speak Arabic. Also, schade, dass die meisten nicht Arabisch sprechen. Aber für die, die Arabisch sprechen, wird jetzt einiges gezeigt aus seinem Buch. And by the way... What is this? Islamweb.net. A library.islamweb.net, yes. Now here, and by the way, if you want to speak languages, maybe you Muslims, as long as Allah, he could not teach Muhammad how to read. And your Islamic books have reference that the Apostle of Jesus, when they complained to Jesus, when he said to them, go and teach and preach the word. The Apostle of Jesus, according to Islam reference, and this will come in my coming book, they woke up in the morning and they found themselves, each one of them speak a new language. From Islamic source? This is Islamic source. Okay, also in seinem nächsten Buch wird er prüfen, dass wenn Jesus zu seinen Aposteln sagt, geht los und spricht Sprachen, dann sind die losgezogen. Namen, Sprachen, Sprachen und das aus den islamischen Quellen. Fremdsprachen. Sehr, sehr. Fremdsprachen. 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 We will read here together, just to work. Okay. We will read here, in this page, and I want the Muslims to be honest and read with me, that Qala Li Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, inna allaha amaraani an aqra'a alaihka al-Qur'an, that the messenger of Allah, he said to me, and he said, to read for your Quran, and the prophet he mentioned the verse, and the prophet he mentioned the verse, it was not of those who they are kuffar, from the people of the book, and the mushrikim. What? It was not from the people of the book, and the kuffar. Es war nicht von den Leuten der Schrift, und nicht von den Ungläubigen. And then he continued, saying, and the rest of the verse. And then the rest of the verse. That Allah, he said, that if the son of an Adam, he asked for a value of money, I will give it to him. When the son of Adam, he asked for a value of money, I will give it to him. I will give him, like a value, a big value, like mountains, you know. Full of money, I will give it to him. And then if he asked again, I will give him again. And if he asked a third time, I will give him a third time. But where we can't find those verses in the Quran? If we go up a little bit in here, we will find the same story with different details of the words, but we cannot find this in the Quran too. Now, if we go down a little bit, we will see the following. And it's been said by Ibn Abi Hatim, reported from Abi Musa al-Ash'ari. He said, we used to read a similar surah to it. And we've been forgetting it. Und wir haben es vergessen. But I remember from it. Und ich habe mich daran erinnert. Oh, who you believe. Oh, ihr, die ihr glaubt. Don't say what you don't do. Sag nicht, was ihr nicht macht. It is written for you. Es ist für euch geschrieben. To be a murderer, like to commit yourself. Es ist für euch vorgeschrieben, als ein Ertürer zu sterben. In your neck. In deinem Nacken. Like as a duty. Als eine Pflicht. And you will be questioned about it in the day of judgment. Und ihr solltet es am Tag des Gerichts. Where we can find those verses in the Quran. Wo finden wir die Verse im Quran? We continue. Wir machen weiter. And remember, we are just quoting from one little page. Und das ist nur von einer kleinen Seite. Was hier ist es. Von endless numbers of verses. Und von endlosen Versen und Nummern. Und Tabarani sagte. That two men did read. Zwei Männer haben gelesen. As the prophet asked them to read. Und der Prophet sagte, dass sie lesen sollen. And they did read it. Which means a verse from the Quran. Und dann haben sie den Quran-Vers gelesen. Und eines Tages. They woke up at night. And they could not remember from it any letter. Wachten sie auf. Und sie konnten sich noch nicht mal an einen Buchstaben erinnern. And they came to the prophet. And they report that this is what happened. Und dann kamen sie zum Propheten. Und sie sagten folgendes. Which means they cannot remember anything. Also die konnten sich an gar nichts mehr erinnern. So the prophet, he said. Und der Prophet sagte. Oh, Allah told me that Allah, he abrogate them. Allah hat mir gesagt, dass er es einfach abrogate hat. So the prophet do not remember them. The two muslims don't remember them. What about the rest? Also die zwei muslims haben sich nicht erinnert. Wo ist der Rest denn hin? If we go here. Actually, if I want to keep reading. It's really endless. There's tons. There's tons of reference. And tons of verses. Which is proving to us that this cannot be a book of God and it's reserved. But I find that here there's a most important part in this page. It says. Ibn Abi Mariam said. Ibn Abi Mariam. Ibn Abi Mariam's actor. Said. That here it reported from Aisha. Yes, okay. Yes, you can see. Kannst du selber mal kurz gucken? Nein, wenn du sagst, ist es okay. Gut im Bild, dann ist es okay. Aisha, she said. Ansonsten zieh den Tisch zurück. Von mir aus. Ja, ist schon okay. Aisha sagte. Aisha, she said. That in the time of the prophet. Also in der Zeit des Propheten. The chapter of Al-Azab. The chapter of Al-Azab. In the time of the prophet. In the Zeit des Propheten. Was 200 verse. Waren 200 Verse. And today in the book of Uthman. And we have nothing left except what we have. And we have nothing left except what we have. Now, can you please open the chapter of Al-Azab and let us see. Kannst du bitte die Kapitel von Al-Azab und wie viele Versen noch übrig geblieben sind in Al-Azab. Al-Azab is a chapter number 33. And there is 73 verses left. Und es ist nur noch 73 Verse übrig. Von ursprünglich 200. So Aisha witnessed that in one chapter alone. Also in einem Kapitel. 200 verses is gone. 200 verses is gone. Can the Muslims say Aisha, she is a liar? Kannen Muslime sagen, dass Aisha eine Lügnerin ist? How Allah allowed 200 verses to be gone. And what exactly is gone? Another Hadith. And the Hadith is coming. And it is Aasim ibn Abin Nujud. And this Hadith is coming from Aasim ibn Abin Nujud. For those who do not know who is Aasim ibn Abin Nujud. For those who do not know who is Aasim ibn Abin Nujud. He is the stepfather of Hafs. He is the stepfather of Hafs. Hafs is the one, the Muslims, they have his Quran today. Also von Hafs habt ihr Muslim euer Quran. And Hafs, he learned it from Aasim. Und Hafs hat es von Aasim gelernt. Hafs and Aasim and all the Muslims agree. That the Ahzab chapter, and I'm going to read exactly what it says. This is not my words. And all the Muslims, these Muslims, these Muslims are united. He said that the chapter of Al-Ahzab used to be counted as, it was, it was, or it is, 72 or 73 verses. It used to, it's counted, they are saying. Es wurde gezählt mit 73, 73, 72 or 73, they are not sure. 72 und 73, die sind sich nicht sicher. But it used to be, but it used to be equal to the chapter of Al-Baqarah. It used to be, but it used to be, so now they are saying, what they got from it, is 72 or 73. Also ursprünglich war sie so groß wie die Sura Al-Baqarah. The Shura Al-Baqarah is 286 verses. And die Sura 2, so Al-Baqarah is 286 verses. So 286 minus 73. 286 verse minus 73, oder was. Also wie viel fehlt? Wie viel? How many? 200 verses. 220? Why nicht? 14. It's very easy. Just, let us use the... Let's mal nachrechnen, wie viel fehlt. The most time they want to say, we are making a wrong statement. 214 maybe? We can say 286 minus 73. That will make it 213 verses is gone. Also 286 minus 73 and what is gone? 213 verses. Also 230 or 13? 13. 13. 213 verse sind. Remember, Aisha, she said, 200 only. Und erinnert euch, Aisha sagt, 200 sind nur weg. And because I am a nice guy, I like to take Aisha. Ich nehme dann Aisha. So only 200 is missing. Also nur 200 fehlen. And the Muslims, they say to us, where we can find this verse of the book of John. And then they say to us, where are the verses, which we are in Johannes. But in their book, one chapter alone, is 200 verses missing. And this is not written by the Shia. And this is not written by the Shia. This is by the Sunni. This is by the Sunni. His name is Yasir Al-Habib. Sein name is Yasir Al-Habib. Maybe you can open YouTube and you can show them just a collection of his YouTube. Yasir Al-Habib, Yasir Al-Habib, Yasir Al-Habib. So now we showed them what the Sunni, and by the way, I did not even start the corruption of the Quran. This is the beginning. We can continue. We can continue for the coming three, four years, five years, seven years. But now, as long as we prove that the Sunni agree the Quran is garbage, And as you see in front of you, this is a very well-known Shia Sheikh. And here, in front of you, we see a very well-known Shia Sheikh, Yasir Al-Habib. You see the title of his video, How Was Islam Corrupted? This title of the video is, How Was Islam Corrupted? Yes, but he speaks about Islam, what if it is corrupt? And you can watch it and have fun. So now, by, you know, it's proven that Shia and Sunni both of them believe that the Quran is not a valid book. Also, by the Shia and Sunni believe that the Quran is not a accurate book today. If Aisha, as we saw here, saying that there is 200 in one verse missing, and we showed you many verses, we cannot find them exist in the Quran nowhere, and there is only in one chapter what is equal to Al-Bahra, and it is gone. How the Muslims, they can stand solid, saying to us, the Quran is protected. Also, wie, um alles in der Welt, könnt ihr nach diesen Beweisen sagen, dass der Quran bewahrt worden ist? I don't know if there are people, they have questions, so we can take some... Does anybody have a question? Also, der CP fragt, gerade wenn einer von euch Fragen hat, kann der jetzt bitte fragen. Bezüglich des Themas, nicht drumherum labern. Jetzt bleiben wir erst beim Thema. Die Verfälschung des Korans. Ah, jetzt, einer, ja. Dann frag mal. Also, wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr dann direkt live dem Bruder Christian Prince fragen. If someone in the English-speaking background... I want to know, who is this girl? No problem, I mean, the questions are welcome. Everybody is welcome. All questions are welcome. Niemand mit Fragen, hier? Aber bitte beim Thema bleiben, nicht drumherum. Nicht das Thema wechseln. Ja, fragt einfach, schreibt rein oder fragt. Ja, fragt einfach, schreibt rein. Ja, fragt einfach. Nobody has questions? Nobody has questions? No. No. They listen, they are shocked. They are shocked. They are shocked. Well, you know... Yeah, you could die Frage stellen, ja. Now, if we want to speak about more proofs of the Koran corruption, then we have to make a series, because we can make like maybe two... We have a question, we have a question here from... Wait. No, this is kind of... Okay, there are no questions. Okay, let us... Okay, they have no question. I will ask myself what I can do. You know, the funny that the Muslims agree... Also, das Hustige dabei ist, dass die Muslime, wenn das mit einverstanden sind, Allah sendet 124.000 Propheten. I have a question to Allah. But here, the Muslim says, Nebi and Rasul. It doesn't... You see? Let me... Let me explain, how stupid this statement is. Okay. How you can be a Nebi, but you are not a Rasul? And how you can be a Rasul, but you are not a Nebi? Also, wie kannst du ein Rasul sein, aber nicht ein Nebi, und ein Nebi, aber nicht ein Rasul? Rasul is a messenger, Nebi is a prophet. Also, Rasul ist ein Gesandter und Nebi ist ein Prophet. Question. The Rasul is a Rasul of who? Of God. Also, der Rasul ist doch von Gott. Prophet is a prophet of who? Der Prophet ist von wem? He is a prophet of God. Prophet von Gott. But the messenger, what he will tell? He will tell a message from God. Also, der Gesandter erzählt doch etwas über Gott. The prophet will tell what? The prophet sagt was? He will tell a message from God. He will tell a message from God. And what is the message? It's something we do not know. And it is a Überlebung, die wir nicht kennen, oder? Because if we know, we do not need him to tell us. Also, wir brauchen ja gar nicht, dass er uns sowas erzählt. So, der messenger is a prophet, for he prophesying. Ja, er muss auch ein Prophet sein, damit wir wissen, dass er überhaupt was prophezeit. As an example, just to show the stupidity of the Abdul. Um ein Beispiel zu nennen, um die Dummheit der einigen Muslime mal beim Namen zu nennen. Was the angel Jibril a prophet or he was a messenger? War der Engel Jibril ein Gesandter oder ein Prophet? Jibril, he came and he told Mary that she would have a baby. Der Jibril kam zu Maria und sagte, sie wird ein Kind haben. And we can find the story in chapter 3, verse number 44, 45, 46. Und wir finden die Geschichte in Surel 3, Vers 44, 45 und, und, und. In there, Jibril, he told Mary something she did not know. What? He told Mary something she did not know. Also, er sagte Maria etwas, was sie nicht wusste. This is a prophecy. Und das ist eine Prophezeiung. Because I'm prophesying about what will happen tomorrow. Also, er prophezeit etwas, was morgen eintritt. And where did the prophecy come from? Und woher kam diese Prophetie überhaupt? It's come from God. It's come from God. So, based on the Muslims, the messenger is not a prophet, and the prophet cannot be, you know, we have to separate. But God himself is a prophet. God himself is a prophet, because God, he prophesied. Also, Gott, selbst Gott ist doch ein Prophet, weil er prophezeit doch. In fact, the only true prophet is God. Also, der wahre Prophet ist eigentlich Gott. Because all prophecies come from him. So, if the prophet is the only one who prophesied. Also, wenn ein Prophet nur jemand ist, der nur prophezeit. And prophecy is to tell something only God knows. Und Prophetie ist nur etwas, was Gott weiß. And all those information nobody knows except God. Und all diese Informationen weiß doch niemand außer Gott. So, all of them are messengers. And they are prophets at the same time. Und die sind auch Propheten in der selben Zeit. So, it's very stupid to say such a stupid thing. Es ist also Dummheit zu sagen, dass es ein Unterschied gibt zwischen Nebi und Rasul. But it's too much Kamelurin, and we cannot find a solution for that. Und es ist zu viel Kamelurin, und wir wissen nicht die Lösung dafür. And as long as we mention in chapter 3, verse number 44, 45, etc. Here you will find that Jesus, he had amazing things. And I want the Muslims, I challenge the Muslims to tell us why. Why? Und erfordert euch Muslime heraus zu sagen, warum. The Muslims, they quote for us from the Old Testament, that the Old Testament said, that God is not a man, and he is not a son of a man. Also, die Muslime sind ja immer sehr, sehr beschäftigt damit, uns die Bibel aus dem Old Testament zu sagen, dass Gott nicht ein Mensch ist, noch der Sohn eines Menschen. Is that why Jesus is not a son of a man? Is that why Jesus is not a son of a man? Why only Jesus have no father? Why only Jesus have no father? What is the purpose of this miracle? What is the purpose of this miracle? My mother and your mother can claim that she were virgins when they gave birth to us. Which means this is a miracle nobody can prove. Because nobody can see what happened in the bedroom. So what is the purpose of this miracle? Miracles happen to make people believe. Also, Wunder passieren, damit Menschen daran glauben. And miracles happen in order for us to see them. What did you say? Miracles happen, so we can see them. And we witness them. But this miracle cannot be witnessed. Zeug. Ja, warte. Und dieses Wunder kann nicht bezeugt werden. So what's the purpose of it? Also, was war der Grund dafür? And why Jesus will not have a father? What's the point? Und was ist überhaupt der Grund dafür, dass Jesus keinen Vater hat? Maybe in the time of Mary there was no man? Und vielleicht gab es keine Männer in der Zeit von Maria? Or maybe all the men in the time of Mary became monks? Oder vielleicht sind alle auf einmal Mönche geworden? So what is the purpose of this miracle? Also, was ist der Grund dieser Wunder? Obviously, Mohammed is a thief. Alles, was wir sehen, ist, dass Mohammed ein Dieb ist. Er nahm einfach das, was die Christen glauben. But he did not know why. Und er wusste gar nicht warum. This miracle is explained only if you are a person who understands and accepts Christianity. This miracle only can be explained. If you are a Christian, then believe in Jesus as God. For he is not coming from any sexual relationship. Also, er kommt nicht durch irgendeine sexuelle Hand nach. If we go to chapter 19, verse number 19. Also, wenn wir zum Surah 19, Vers 19 gehen. It says that Jesus is holy. That Jesus heilig is. Why he is holy? Warum ist er heilig? And what is the purpose of the holiness of Jesus? Was ist der Grund dafür, dass Jesus heilig ist? When Jesus is confirmed to be someone perfect. Also, wenn Jesus hier als jemand Perfektes vorgestellt wird. Also, der Koran bezeugt, dass er kein Sünder ist. Er ist kein Sohn von irgendeiner sexuellen Hand nach. Und Mohammed sagt ja, dass jeder menschliche Wesen bei seiner Geburt von Satan angetastet wird. Außer Jesus und seine Mutter. Jeder wurde von Satan angetastet. Symbolisch steht das für Sünde. Anders kann ich nämlich erklären, warum Satan uns angetastet wird. Wir sind keine Ice-Creme und Baklava. Wir sind keine Ice-Creme und Baklava. Also, wir sind keine Ice-Creme und Baklava. Warum berührt Satan uns alle aber nicht Jesus? Und als Mohammed das sagte, er hat gesagt, dass alle menschliche Wesen außer Jesus und seine Mutter. Und warum hat er seine Mutter vorgestellt? Because of Jesus. Warum hat die Mutter von Jesus Schaitan nicht beschützt? Because sie ist die Mutter von Jesus. Also, die Mutter von Jesus wurde ja dann auch beschützt. Warum hat denn Allah nicht Mohammed von der Berührung Schaitans beschützt? Allah hat ihn weder in der Kindheit beschützt, noch im Erwachsenenalter. Wir wissen alle über die satanischen Verse. Und Mohammed, wenn wir in die Hadith gehen, wir finden die folie. Yesterday, ich und Amir und meine Freunde hier, wir haben ein Film, das heißt, The Perfect Host. The Perfect Host. Was ein Film. Wow. Und das ist genau das. Es spricht über die Geschichte von Mohammed. Wie ist das passiert? Was ich meine? Die Leute hier hier, ich habe ihn zu sehen, sie können nicht verstehen. Ich meine, was das Film? Also, ich konnte es gar nicht glauben, wir haben gestern einen Film geguckt, der heißt, The Perfect Host. Und der CP meinte, ihr werdet gleich sehen, dass die Handlungen dieses Protagonisten, dieses Schauspielers, dermaßen euch an Mohammed erinnern, dass es unfassbar ist. Also, ihr werdet sofort merken, dass es Mohammed ist. Wenn wir den folgenden Hadith lesen. Es sagt, der Messer von Allah war in der schwarzen Magie, und er war bewitched. Also, in diesem Hadith steht, dass Mohammed für eine Zeit, eine sehr lange Zeit, Dings wurde. Und er schraut zum Englisch. 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 Nein, nein. Also, der Prophet fing weiter an, für eine Zeit lang zu glauben, dass er mit seinen Frauen, oder sexuelle Handlungen vornimmt. Mit seinen Frauen, aber in Wahrheit, in Wahrheit, und in Wahrheit hat er es nicht getan. Das ist überliefert von Aisha. Das ist aus Sahih al-Bukhadi. Sagt mich, das ist Daif. Das ist auch ein Blödsinn. Das ist ein sehr fach Hadith. Sehr fach, nicht Daif. Daif bedeutet, daif ist ein blödsinn. So, hier, die Muslime, sie haben uns etwas extrem wichtiges. Und sehr gefährliches. Translate. Also, hier in dem Hadith sagen uns, die Muslime etwas ganz Wichtiges. Also, wenn Mohammed nicht zwischen Realität und Lüge unterscheiden konnte, selbst sein sexuelles Leben ist falsch. Now, hold on. Everybody have a witness. Everybody have a witness. Everybody have a witness. At least his wife when he have sex. Jeder hat einen Zeugen. Except Mohammed. Außer Mohammed. Even his sex was fake. Selbst sein Sex ist eine Lüge. He is having sex with whom? Also, mit wem hat er hier Sex? Ridley says, imagine that he has a step. Er stellt sich vor, dass er mit seinen Frauen steht. But with his wives, which means not only one wife. Also, er stellt sich vor, mit mehreren Frauen zu schlafen. Which means he imagined that with all the wives. Also, er denkt sich gerade, dass er mit allen Frauen steht. But in fact, he did not. Aber in Wahrheit hat er es nicht getan. So, how we can be sure, that Mohammed, he saw an angel, if he himself cannot even recognize three sex from fake sex. Also, wie könnte er davon ausgehen, dass er überhaupt einen Engel gesehen hat? Obviously, this guy, he had a mental illness. Also, muss etwas in seiner Psyche nicht stimmen. Wenn du zu irgendein Doktor gehst, wenn du zu irgendein Doktor gehst, it doesn't matter who he is, es ist egal wer er ist, and tell him, I imagine myself having sex during daytime, but in fact I did not. And my wives told me I did not. Und sag ihm, ich habe Sex mit meinen Frauen, aber in Wahrheit habe ich es nicht. Was weißt du, was der Doktor zu dir sagt? You are under black magic? Bestehst du unter schwarzer Magie? Or he will say, you have a problem, we need to give you medicine. Hast du Probleme, damit ich die Medizin gebe? And obviously, your brain is living in illusion. Dein Gehirn lebt in Illusion und du bist verzaubert. When we watched yesterday The Perfect Host, we saw that guy holding nothing between his hands, if you remember. And he was acting, acting if he's having sex. Also, es gab eine Szene, wo jemand, ein psychisch kranker, I encouraged the Muslim to watch that scene, because this is exactly Mohammed. in dieser Szene geht es darum, dass dieser Typ gerade richtig wie Mohammed sich vorstellt, mit einer Person Sex zu haben, obwohl er es in Wahrheit gar nicht tut. And the danger about this story, that it's confirmed, if you read the rest of it, when you read the rest of it, that Mohammed, he claimed, that Mohammed behauptet, that Allah, he sent two angels for rescue. That Allah, zwei Engel sendet for rescue. So let us say, we heard an ambulance saying, we, 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 we. Also, let us say, that we have a Martinshorn or something like that, from the Krankenbarnes. And then two angels, they came to Mohammed and one of them asked the other one, what's wrong with this man? And the other asked, what's wrong with this man? And they, he told him, that he is under the effect of magic. If you read with me carefully, please. It says, he is under the effect of magic. Also, he is under the, under schwarzer Magie. Now, the Muslims confirmed to us, from the mouth of Aisha and the believers, that man, his name is Mohammed, he is a prophet of Allah, he is under the control of the devil. Magie can be explained one of two. Also, the Zauber can so be explained. Either mental illness, or possessed by the devil. Or possessed by the devil. In the old day, mental illness people, they think it's magic. However, we believe, that you can be possessed by the devil too. But, whatever is the reason, either it is the devil, or it is mental illness, Mohammed is not qualified to be a prophet. Also, here we see, that Mohammed, as Prophet, is completely disqualified. And here, there is something extremely dangerous in this story. Let us see, of you guys, who of you noticed something here? About the angels coming, and they are trying to help Mohammed. Anyone noticed something wrong? the story? The angels are coming to help Mohammed, and they want to help him, to get rid of the magic, right? Okay. The angels sent by whom? By Allah. Why Allah don't help Mohammed? Why Allah don't? You know the Muslims, they say to Allah, the Muslims, they say to us, Allah, if you want something, he says, what is going to be, is going to be. So Allah, you are sending me the ambulance, man. Why sende... Why does he not help Mohammed? What's wrong with this God? What is wrong with this God? What is wrong with this God? Jesus said to the dead man, rise your eyes. And Jesus said to the dead man, rise your eyes. And he said to the blind, see he so. He ordered the storm, the storm stopped. And he said to stop. He had a problem with his sexual penis. And Mohammed had a problem with his sexual penis. Excuse my language. Excuse my language. Excuse my language. But Allah, in order to solve that sexual problem, he needed to send two doctors. To solve that sexual problem, he needed to send two doctors. And they are angels. And they are angels. And obviously they have a degree in sexuality. And they have, I believe, a degree in sexuality. And obviously they have a PhD in magic. And now Mohammed is in the clinic, and one in the top of him from the right side, and one is holding his toes. And the other one said to the other one, what's wrong with this guy? They are still talking about what's going on with this guy. What? Can you please point your finger at what's wrong with this guy? What's wrong with this guy? With this man, here, yeah. Also, they are talking about what's going on with this guy. Must Allah not tell them what's going on with him? Allah has to say to the two angels, what will happen to him. Hold on. What stupid stories are these? I want to ask the Muslim the same question. What's wrong with this man? Any Muslim can tell us? Can a Muslim say, what's going on with this story? May, for me, one problem in the world, Mohammed, he don't have. What's wrong with him? He's a child molester. He liked to have sex with the children. He was accused to steal an underwear. He imagined having sex, but in fact, he did not. He did not. He wanted to save in heaven. Nobody saw him. He made miracles. Nobody saw it. Allah sent him an angel. He squeezed him three times, and he said to him, read the story he cannot read. I mean, what's wrong with this guy? Nothing is working with him. Also, Muslims, you see with your own eyes, what's wrong with this man? 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 Here, here, the guy who's asking... Show them, please, show them, please, the reference. Go, go down. For those who are thinking, we are making things up. Go down the reference and book that the Muslims are so desperate, they can go and check it. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. 6063. Book 78. Hadith 93. Valium 8. Book 73. Hadith 93. Also, a strong Hadith. We don't need to talk about it. What's wrong with this man? What's wrong with this man? No, if you just put it on it, it explodes in the size. You see? It's so big. You can't control it. Don't zoom. Don't zoom. But zoom in. Please, when you are reading, then zoom in. I put my finger on it. Okay? Yeah. But anyway, here, I want to go back to where it says, what's wrong with this man? You know, people, they read, but they don't understand that there is something wrong with this story. It's super stupid. In Arabic, it's more funnier than English. For sure. In English, always, it's trying to make it look nicer. But in English, it's enough to show how stupid it is. You see, if Allah send two angels from the seven heavens, how in the world, how in the world, one of them, he has no idea what's happening. Maybe he is the nurse, and the other guy is the doctor. I'm sorry, I'm just trying to figure out what's happening here. All those stories are just to defend the honor of the prophet that he is. All these stories are just to defend the honor of the prophet that he is. He is a mad man, but don't blame him. And as usual, let us blame the Jews, because if you go down to the end of the Hadith, they are blaming a guy. His name is Lubaid ibn al-Asam. And here in this Hadith, they say he is from the alley of the Jews, but the fact in different Hadith, it says that he is a Jew. And actually, in different Hadith, they accuse that his daughter is the one who controlled the prophet by black magic. Why Allah did not protect Muhammad from the black magic? And when Muhammad, he was imagining, because different Hadiths say that Muhammad imagined he'd done things, not necessarily sex. which means Muhammad, he imagined many things happening, but he has never happened. Now, how we can trust a man, he imagined things happening. If I say to a Muslim, you are following a bewitched prophet. Is he going to be insulted? I'm sure he will be insulted. But you believe it or not, this is what Aisha she said. Open the Hadith from what Aisha said. Aisha she said, and remember Aisha, our Christian friends, once the prophet was bewitched, and he began to imagine that he done things, in fact, he did not. How this man can be qualified to be a prophet? Once the prophet was bewitched, so that he began... Also, eines Tages... Einmal war der Prophet... Ich muss das bisschen höher machen. Hallo, warte. Einmal war der Prophet verzaubert, so dass er sich vorstellte, Dinge zu tun, die er in Wahrheit nicht getan hat. Das ist gut, das ist gut. Gibst du mir das? Ich mach das von hier aus. Ich öffne nach allen links, was der da gibt. Das gib mir das an. Im ganzen Moment. Gib ihm das. Lass das. Das ist gut, das ist gut. Das war nur... Ich wollte nur, dass die, äh, die, äh, die, äh, die Hadithnummer und so weiter sind. Ach so, ja. Das ist ja niemand. Was ist das? Das geht man nicht weg. Gibt es einen Muslim, der hier eine Frage hat? Und ich hab gerade ein paar fotografiert. Äh, Why does Kuffar cannot go to Mecca? Ah, because they are Najis. Why in them are Mushrikuna Najis? Also hier fragt jemand, warum können die Ungläubigen nicht nach Mecca reisen? Und dann sagt der CP, äh, es gibt ein Vers in Zuber 9, Vers 28, in dem, äh, Allah sagt, dass die Kuffar Najis sind. Najis ist Dreck. They are dirty. Also schmutzig. So, äh, because you are dirty, you are not qualified to enter. Also, weil du schmutzig in den Augen Allahs bist, darfst du auch nicht Mecca betreten. It says in the Quran, Ya eyyuhalladina amenu innem al-Mushrikuna Najis only. Also, oh, ihr, die ihr glaubt, die Götzendiener sind für wahr unrein. Also, hier versuchen die es so ein bisschen, äh, schöner zu machen für euch. Aber in Wahrheit ist es Dreck. Najis ist Dreck. However, if you ask the Muslims, what is Najis, they will say to you, dogs are Najis. Also, wenn du Muslime fragst, was Najis sind, dann sagen die Hunde sind Najis. So, we are equal to dogs. Also, wir sind gleichzusetzen mit Hunden. However, the Muslims, they have some stories explained to us. Amir. Yes. Translate the Muslims. They have stories. They have stories. They have stories. That the Prophet, he used to perform evolution, that the Prophet, ähm, eine Waschung vornah, with dead dogs and women in blood, different period. mit Totenhunden und, ähm, ähm, von, von Frauen, die, ähm, menstruation. If you can open the link for us, please. Maybe you need to open the link for us, maybe you need to open the link for us, some links in the top, so you can make the process of the world faster. If we go and read this Hadith, it says, if we read the Hadith, it says, it is the following. It was said that all the messengers, they came to him to ask him, shall we do a evolution in water of Buddha? Also, sollten wir in dem Wasser von Buddha unsere evolution, also unsere, ähm, Reinigung vornehmen? und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, ähm, und, äh, und, ähm, und, ähm, ähm, und, ähm, also Brunnen. Es ist ein Brunnen, ein Brunnen, quasi, ein Brunnen in, ähm, in welchen, ähm, äh, Menstrationsbefleckte, und ähm, und, ähm, Fleisch von Hunden, und, ähm, und Müll reingeworfen wurde. Der Prophet sagte, Wasser ist rein, und wird durch nichts unrein. Nichts macht es unrein. Ja, wenn Mohammed sagte, dass die Tiere unclean sind, aber er legte das Wasser von den uncleanen Tiere in seine Gesichter. Nicht nur unclean Tiere, sondern auch tot. Tote, unreine. Und das ist wie die Größe des Beda'ahs. Was ist die Antwort der Muslime über dieses Hadith? Ich weiß, dass es einige Muslime, die zu erklären, diese Stupid haben. Sie versuchen, was sie zu erklären. Mohammed, er sagt, das ist nicht der Prophet. Sie sagen, es ist okay, es ist okay, das ist nicht der Prophet. Es sagt, die Prophet ist das. Das ist das, bitte. Das Hadith zeigt, dass Mohammed, das ist. Mohammed, er hat das, ja. Die Muslime und die Arabe fragen, wie er das kann. Und er sagt, es ist verrückt. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Es war verrückt. Es war verrückt. Es war verrückt. Es war verrückt. Warte. Es wurde gesagt. Oh Gesandter Allah, du machst Mudu in diesem Wasser, wo tote Hunde drin sind, menstruation, perfekte und Hunde drin geschmissen wurden. Er sagte, Wasser ist rein und wird durch nichts unrein. Nein, diesen Hadith habe ich die ganze Zeit gesehen. Der andere war nicht klar, aber er ist klar. Ja, gut, das ist doch fast das Gleiche. Ja, aber in der Sachen, du musst immer sagen, mach das doch gar nicht. Hier, hier ist der Beweis. Die Muslime fragen den, bist du des Wahnsinns? Die Araber zu der Zeit haben mich gefragt, du gehst einfach da die Saugend. Niemand macht doch so was. Niemand macht doch so was. Otherwise, why do you want to ask him? They don't question me. Why would you do that? You know? And look at the answer of this man. Und schaut euch die Antwort des Mohammeds an. Look what is contained inside. We have every garbage you can imagine. We have dead bodies of dogs. We have a blood of women from period and their rags. And we have garbage in it. And the funny, this is the Muslim translation. Does it say they're garbage? Please highlight the word garbage. This is the Muslim translation. They are saying garbage are ruined. How in the world Muhammad is saying water is full of water? But this is also like spreading the water with bacteria and viruses. First of all, a Muslim said to me, if the water is so big, that will not affect it. Like in the ocean, you know, people, they might piss, but this is ocean. But this is a little tiny water. If we go into a Hadith. You have to, because of the importance of talking. Yeah, but when the Muslim reply, something. They say it was big. However, they cannot piss. It doesn't matter. It's like your. You understand, Amir? The Muslims can say, wait a minute, it's a big sea. Because, because I have the Hadith to answer the size of it. But the Muslims can say, wait a minute, it's a big ocean. And if there are two people in the water, the water is still there. Yeah, but we don't have it. 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 You have to read. You have to read. Danny. Go down. Go down. Don't read. It's the same story. But here you will see what Abu Dawood said. Abu Dawood said, I measured the breadth of Be'ru al-Bidah. The well of Bidah, by the way, is not a water coming down from the ground. It's a dry well, and the garbage go in it. This is why people throw garbage in it. It's a dry place. It's a dry, but have dirty water from like the houses. Like women do wash this stuff, throw water outside. Whatever dirty water. It's like a sewage, you know. So, he said, I measured the width of this well. And he says, using my sheet. With my sheet, which means like the clothes you wear, like al-Bidah. You know. Which I stretched over it. Then I measured it with the hand. It's very small. It was measured six cubits. Oh, yeah. A mouse. That's all. And then I asked a man who opened the door guarding for me and admitted to me. And he says, wait, okay. So he said, let us see what it says. I saw the color of the water in this well change. I said, the color of the water has changed. Because it's dirt, right? It's garbage. So it's very small, very tiny, six cubits. It's very small. So imagine if we have a dead dog. One dead dog. But in the Hadith it says dead dogs. In the Hadith it says it's only one dog, but in the Hadith it says, And women blood from period, which means this is the garbage of the town. I mean, this is the will of the whole city. In the old day, women, they don't have like what today is easy to use for their menstruation. You know, they have rags and they either they can wash them or they cannot and they throw them away. So they are throwing the rags of the menstruation in this. So imagine that I mean the whole year, two years rags of menstruation and the water is not a running water. It's not a spring of water. And all of this is even it says garbage. All of this in a small tiny place is in the size of a small room. And Mohammed is cleaning himself with it. And look at the madness where he said, The very little water is pure and nothing makes it impure. Are you sure? Is that true, Muslims? Is that true? So why you Muslims say that dogs are dirty? He will go, let the dog. Mohammed, he said, if your dog he lick from a dish, you have to wash it seven times. Just by leaking it. So we have a dead dog not one in the water. So we have a dead dog not one in the water. So David, Mohammed had no problem with his face washing. But if a dog is a chicken, you have to do seven times disinfection. What is this for a logical logic, Muslims? Unfassbar. Ma, 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 ma. I think we can have enough for today so you guys can rest. But if there is anybody who has a question before we close, let us hear them. Are there any more questions from the believers? Sind hier noch welche, die Fragen haben? Who is the Holy Spirit in the Quran? The Holy Spirit in the Quran, there is nowhere in the Quran it says the Holy Spirit is Jibril. The Muslim, they get into that direction, they say, because it says, when the Quran was sent by the trusted Ruach, and they say it is Jibril, but there is nowhere in the Quran it says, nowhere in the Quran it says that Jibril is the Holy Spirit. However, we can prove easy that the Holy Spirit cannot be an angel, because if it is Jibril or not. We lost the topic of the corruption, huh? Well, everything is correct, obviously it's Jibril or not, man. I mean, what is this? If we, if you go in the Quran, it's chapter 16, verse number 2, it says. 16, verse number 2, can you read? Yes. Okay. Er sendet die Engel mit dem Geist von seinem Befehl herab, auf wen von seinen Dienern er will, warnt und verkündet, dass es keinen Gott gibt außer mir, darum fürchtet mich allein. Ja. Hier spricht Allah in Ich-Form. Sonst sagt immer, ja, er ist es. Ja. I'm not sure if the translation is accurate, but does it say that the angels and the spirit become? Ja. Angels and the guys. Okay. So if the angels and the spirit is, this is proof that there are two things, two different things. angels and the spirit. So how Jibril is the spirit, the Holy Spirit? Ah, he said the angel with the spirit. That's even more better. Because now he confirmed, it is two separated. Angel and the spirit. Creators or a creation, you know? Also, here zeigt er, dass es zwei verschiedene Wesen sind. So how they say the Holy Spirit is an angel, if it says in the Quran that the angels and the spirit. Das ist ein separates Wesen. dass der Engel und der Heilige Geist voneinander unterschiedliche Personen sind. When they asked Muhammad, and this additional proof that Muhammad is an ignorant man, in chapter 17 they said to him, chapter 17 verse number 85, they said to Muhammad, what is the spirit? Muhammad, he spent two weeks vacation in Hawaii and he came back to say? Only Allah knows. What the hell? They are asking you, what is the spirit? Tell them, Allah knows best. What is the answer? Where is the answer? What is the answer? What is the word? What is the word? Where is the answer? Give it fuck? I think Muhammad is a prophet. They are, but they hear the more funny is Allah is answering now. Allah is saying that. They are asking you, what is the spirit? Say to them. When you hear the word say, you think he is going to give an answer. There is no answer. Tell them. Muhammad, the spirit is from the command of my Lord, but he is given from the knowledge of the wisdom of only few people. What is that for a answer? Where is the answer? Obviously, you do not know. You do not know what spirit is. So, do you know what the spirit is? Do you see what is happening here? Do you know anything else? If you go to chapter, or chapter 17, verse number 4. 70? 70. 7-0. Tomorrow we will make part 2 of this. Yeah. We can continue tomorrow. I am not tired. I am not tired. I am not tired. But maybe, if you want, you can stop broadcasting for some time, make some tea, coffee and let us pray to Allah to guide us. You know? Who let the people astray. Read this verse. Okay. How are the angels and the spirit again? If the angels are the spirit. Jibril is the spirit. Yeah. If the angels Jibril is the spirit, how can he stand? And the spirit. Yes, exactly. There are two different people. Yes. They are the angels and the spirit. Yes. So, Jibril is not the holy spirit. Yes. However, in order not to waste our time, better shoot the head in the head. Go to chapter 78. Go to chapter 78. Go to chapter 78. Go to chapter 78. Verse number 38. 78, 38. 78, 38. 38. Am Tag, da der Geist und die Engel, aha. Am Tag, da der Geist UND die Engel in Reich stehen. So, it says it clearly that angels and the spirit, they will be arraigned. Yeah. So, how do I read the spirit? That is the holy spirit. Those people, they have no idea that Muslims are copy paste people. They have, nobody ask themselves, okay, it says there, angels and the spirit. What, what, if you ask him, who is the spirit would ascend there? What spirit? As an ADD Muslim fan's base is a geist, yeah. Yeah, isn't there. A human being are not the spirit. Because the Quran says, it come down, the order of Allah come down with the angels and the spirit. So, this is who carried the orders of God. Okay. So, it cannot be us. It cannot be us. We are a human. We are, we have soul. And this is not a soul. This is the spirit. So, when the Quran say, Holy Spirit, obviously have nothing to do with Jabri. But the Muslims are confused because Muhammad, he's stealing words. He took, got the Holy Spirit from Jesus. From the story of the Bible. From the Trinity, something. He put it there. But he have no idea. And the Muslims, they try to find out and figure out what is the Holy Spirit. So, it's all decisively. And it means also that each single Muslim doesn't have the spirit inside of him. Because in the Bible says, the spirit is inside the body of him. You see, it cannot compare. Because Muslims, they have different ideology. And the word is spirit for them, obviously. They don't even know. We show you the verse where they ask Muhammad himself, what is the spirit? He went for two weeks. He came back to them saying, Allah, he told me that he is the one who has the knowledge. What is the answer? Allah knows. Allah knows. Allah knows. Allah knows. Allah knows. Allah knows. So, if Allah himself is saying to them, I know, but you do not know. How are Muslims going to explain to you the spirit? You know. Because when the Muslim does something clear. Muhammad himself does not know. You know. So, you see, Islam is like. But Allah says in the Quran, this is a pure book with full detail. Detail, absolutely. Clear book. Clear book. Also, Allah says at a different point, this is a clear book. So that you do not have any questions. Because it is so clear and that it is understandable. Be honest. Aren't you in the sea? Wow. That's what I'm asking for. I don't know. So, Muslims, you see what this book is for a disaster. And how you are the whole time enthused from your Imaman and Sheikhs. Therefore, no one goes against the Siki. Because they know, if they are going to, they must have the Islam on the ground. And you will be pleased with the Lord Jesus Christ. And you will be pleased with the Lord Jesus Christ. If you are just going to get at that, You will be pleased with the wrongly. And I wish you are filling in my hands. You will be pleased with the Lord Jesus Christ. And I trust the Lord Jesus Christ. That is a letter that we are doing right now. You could make it even next week. That is the worst thing there. And then. And then. And then. So that you say, this is not much more than God. sein, dieses Buch. Versteht ihr, wenn hier jemand ist, der ein Experte ist und der sich jahrzehntelang mit der Materie auseinandergesetzt hat? Deswegen sage ich, ist es besser, von ihm zu lernen, als von irgendeinem Chef oder Imam, der uns anlügt von morgens bis abends. Es ist doch okay, ihr könnt doch seine Bücher kaufen und die Beweise prüfen. Geht das doch durch mit eurem Imam. Und wenn der Islam falsch ist, dann muss man den Islam verlassen. Genau, so ist es. Dann kann man nicht in einer falschen Religion einfach bleiben. Nur weil man sich komfortabel fühlt und man seine Eltern vielleicht nicht verletzen will, dass man die Community nicht verletzen will, dass die anderen uns vielleicht mit bösen Blicken angucken oder was. Ja und? Du stehst doch alleine irgendwann vor Gott. Oder stehst du mit deiner ganzen Großfamilie dort. Nein, du stehst alleine dort. Und was willst du dann Gott sagen? Ja, aber ich wollte meine Freunde und Familie und alles nicht verletzen. Ja, aber dann verspielst du deine kostbare Seele. Entweder dieses Leben oder das Leben. Deswegen sagt der Herr, wenn ihr zu mir kommt, ich werde euch all eure Schuld vergeben. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Ja, und wer Vater und Mutter und all die mehr liebt als mich. Ja, das wissen die. Das wissen die. Ja, dann. Ja, vielleicht ist ja noch jemand da, der anrufen möchte. Frag doch mal. Ja, also möchte jemand anrufen, hat jemand Lust, hier live anzurufen über Skype, dann könnten wir vielleicht einige Fragen mit Zipi durchgehen, wenn jemand möchte. Er muss kein Sheikh sein. Es kann auch ein ganz einfacher Ramazan sein. Vielleicht hat sie auch Ramazan irgendwie Fragen. Gefrorener Bildschirm. Okay. Läuft das Video jetzt wieder? Gebt noch Bescheid, bitte. Hey, Bruder. The thing in which Muhammad said with the palm tree penis. Did Muhammad say this because Muslims said, no, Muhammad didn't say that. Al-Qutubi say that. It doesn't matter who said that. I mean, what's my problem? Al-Qutubi say, Al-Qutubi say that the Prophet say. So who cares? I mean, is Al-Qutubi now a Jew? Al-Qutubi is a Jew. So what is my problem? This is their problem. Al-Qutubi say that. Al-Qutubi say that. What we can do? What состояни is it? Biggest. Biggest. You can do that. One has asked how everything we are on Skype. Abu Ibn Marjah. Yeah, but I have it on the account. There says Abu Ibn Marjah. That I have here. I think you might find many, many names that have the same name that this case really must be hard. I can't see it. You can't see it. Why somebody want to talk? Somebody asks, was name in skype da brauchst du noch nicht größer zum einfach sagen a b u i b n aber dann sehen die das doch he can call me right now to debate just put debate it is easier next time when you create a name try to get the title not like this one and they would find million name like this do you have to do it yeah i have to do it yeah i have just got some account ok so there is the username if someone wants to call he should call but did i got to be say the koran is corrupted did he say that too i got to be is there some reference none of the muslims always say the koran is corrupted but this is what it's meant when you say to me that in the which is coming from other books and then etc when those reference are already balanced saying that there's verses here is gone verses here is gone they are saying it without saying the word i mean do you have to say that it's corrupted it's a obviously this koran is missing 200 verses Aisha she is saying koran is corrupted because if there are if she Aisha is saying 200 verses missing from one chapter Aisha she is confirming that this is not the koran which is sent by Allah to Muhammad in the same verses with the same page we read it says there's verses the prophet he said but we cannot find them in the koran they asked him they asked him five times are there historic documents not muslimic they prove Mohammed's existence and also came from his time and why did his name only just came fourth time in the in the koran a mecca only once all the names of the koran have nothing to do with the person the muslims they call him Mohammed because Mohammed is not a name Mohammed is a title wait I have tried to translate it for the people say it again please Mohammed first of all is not a name Mohammed is not a name it is a title this is why the name Mohammed sometimes changed into Ahmad which has the same meaning which has the same meaning if we go to chapter 61 verse number 6 when we go to chapter 61 verse number 6 it says that Jesus said there is a messenger will come after me his name is Ahmed that someone will come after me now 61 61 61 61 61 61 61 if Mohammed his name is Mohammed then it is going to be always Mohammed also if the name Mohammed also if it is a name then it must always Mohammed and you will notice the names are totally different I mean Ahmed is not the same letters it's the same meaning so obviously it is a title it is not a name it is not a name it is not a name if you go right now and search in Google you can actually you can do a search in English the 99 names of the messenger of Allah you will see that Allah have 99 names and Mohammed have 99 names and that is for a very simple reason Mohammed is Allah and that is a it is a it is a it is a it is a if you ask any Muslim what is Mohammed if you ask any Muslim what is Mohammed what is Mohammed which means the meaning what does that mean he will say it means the praised one that is the gepriesene but is not the praised one is only God but is not the praised one is only God how you can praise a man how you can you if Mohammed is the praised one who is the praised two when Mohammed the gepriesen is who is the praised two Allah is the praised two so Mohammed came first Allah came second this is the name of God this is the name of God and that is what Mohammed was trying to play that he will never praise Jesus Und das hat Mohammed versucht, der wollte Jesus ersetzen. Er wollte so sein wie Jesus. Er wollte so sein wie Gott. Wir preisen den Herrn Jesus. Wir preisen den Namen des Herrn. Ja. Es gibt doch auch diese Hadith. Ich will Ihnen das Hadith zeigen, bitte. Ich gebe Ihnen den Dank. Ich gebe Ihnen den Dank. Das ist der König. Das ist der König. King of Kings. Ja. Ich will den anderen. Ich gehe zurück zum Schild. Okay. Lass es und schluss. Okay. Lass es. Ich habe fünf Namen. Das ist der Prophet. Der Prophet sagt, ich habe fünf Namen. Ich bin Mohammed. Ich bin Ahmad. Ich bin Al-Mahi. Der Fayser. I don't know what is this. The one who, if you write in the world. The one if you write in the world and you wipe it out. The one who erase. The one who... Also der Ausgradiert. Okay. Derjenige der Ausgradiert. Bei whom Allah... Also in dem Allah die Ungläubigen ausgradiert. Ich bin Al-Hashir. Ich bin Al-Hashir. The getherer. I don't know what is this. That's in the name of Allah. Al-Hashir. Is the one who will gather people in the Judgment Day. I saw that the Leute versammelt. Ich bin Al-Hashir. Ich bin Al-Hashir. I am Mohammed. I am the praised one. I am Ahmed. What do you want more? This is a Bukhari quote? Bukhari hadith? This hadith is... Mwata Malik. Mwata Malik. Mwata Malik. However, we can find it in different places. I mean, not necessarily. Mwata Malik. Mwata Malik. Is it... We can't find you. Hold on. Let's give you better... So the Muslims will not say it. Yeah, because they can play this role always. Not with me. Not with me. Also, the Muslims will try to deal with all the Hadiths. Also, there are also the men who are still there. So that they don't... What is that? Sahih Muslim. Okay. That is over. Now it's over. Now it's over. This is Sahih Muslim. And this is Sahih Hadith. And you can show the numbers please. That's right. That's right. That's right. It doesn't exist. I'm the last prophet. He wants to say it. Like this. This is... You know, it doesn't say really. This is a false translation. It's false. It says only... At whose feet mankind will be gathered. He's the one who will gather the people. You know, the one who will gather the people is God. Of course. Who is Muhammad? The one who is there. The one who is to say God. So, when somebody thinks that Muhammad is his dream name It's just... You know... Most of Muslims they have no education. They must have... The biblical... This is what they've been told. His name is Muhammad But as you see. He's saying I have five names. This is the... This is in the front of your eyes. So... How a person has five names? There can't be name. Those are description, titles. Das zeigt also, dass Mohammed ein Götzendiener ist letztendlich. Aber der wahre Name von Mohammed ist Qasem. Also es gibt einen muslimischen Historiker aus Tunesien. Und der hat einen hohen Grad im Islam. Und der lebt in Tunesien. Er ist kein Christ. Er hat ein Buch geschrieben und hat es bewiesen, dass Mohammeds wahre Name Qasem ist. Und Mohammed und Ahmad sind nicht der Titel. Wenn wir wieder zurückgehen auf die 99 Names von Allah. Hier wird man klar wissen, dass Muslime Mohammed anbeten. Dass sie ihn gleichsetzen mit Allah. Dass Mohammed und Allah dieselben Namen haben. Es gibt keine Expronation, außer Mohammed. Er hat das gleichsetzende Glück. Er hat die gleichsetzende Glück. Er hat die gleichsetzende Glück. Er hat die Heilige Geist. Was der purpose von einem Mann hat in 99 Names? Nein, Mohammed ist höher als Allah. Denn wenn du etwas gegen den Propheten sagst, wenn du etwas gegen die Propheten sagst. du musst ihn töten. Wenn du etwas verdoppelst, Allah bekommst dir jemanden, wenn du etwas gegen die Propheten sagst. Ja. Wenn du etwas gegen die Propheten sagst. Wenn du etwas gegen die Propheten sagst, stimmt. Es gibt 99 Names von Mohammed, Muslims, they mean Mohammed and Allah equal. There is a question, could it be that Abbas al-Malik, inventor of the Islam, is? What is with Petra? Who? Petra? Petra. I saw this presentation by someone and it makes a lot of sense. However, I cannot confirm. And for me, I go by Islamic text. And what I have between my hands is enough to destroy Islam. However, what they can discover, that would be, I mean, I cannot really say it's perfectly true or maybe it's true. You know, it's about like Islam, Mecca is not in Saudi Arabia, it is the one city in Petra, etc. You can watch the documentary. However, it might be true. But for me, I'm debating people who believe in different things. I, my, my position here, to show them that what they believe in, not what they don't believe in, is stupid. Because that is not my concern, they don't believe in it anyway. It can be, scientifically, it can be true. But maybe a few people will understand it and will accept it. The majority of Muslims believe in this. So, for me, they concentrate, concentrate in the system. We have to go to the Islamic sources. Yeah. So, this is what they believe in. Obviously, Muhammad cannot be a prophet. Christian prince, the 99 names of Muhammad, does he title himself during, uh, hadiths or what? I don't know. Well, the Muslim, you see, there is nowhere in the Quran, it says Allah has 99 names. There is a, there is a Christian, uh, a priest, uh, he's a Kuptic priest. Yeah. He challenged the Muslim scholars to, to count for him, or to give him the source of the 99 names. They could not. So, now, Al-Azhar are trying to make adjustment that 99 is not correct. So, they were in, like, maybe 50, 50-something, you know? Uh-huh. So, obviously, Muslims are copy-paste, you know? Somebody will want this 99 names, and they need songs of earth, and decoration, and letters, and words, you know? And, as you see here, like, in the screen, so, and then they come with the idea that Muhammad had 99 names, so he keeps searching, okay, Muhammad, he is called this, this is the name. Then, Muhammad was called the description, like, you know, I say, you are the truthful, so, this is the name of Muhammad. You're right now. He was the, the good guy, so we say he was the good man. Yeah, that's right. It says he is the tall guy, and he's the tall guy, oh, he has a big massage, he has a big massage. So, it's stupid, you know, they are trying, I mean, why did they stop with 99 names, can't they? And why Allah has 99 names? I mean, you make it 100, it's like, you know, today you go in the market to buy jeans, like what happened to me, they say to you, it costs 99 euro and 99 cents, I mean, it is 100, yeah? Yeah? So, 99 names for Allah, and 99 names for Muhammad, all the state Muslims are committing a crime against God, making man equal to God, because if Allah is God, regardless if this is true or not, you claim that Muhammad has equal names to Allah, it is a clear proof that you are making him equal to God. Same time, the Shahada itself, the construction of the Shahada, is a crime against God. The Muslims will say to us, how do you worship a man? Who is the one who worship a man? You are the one who put the name of man, put the name of God. Why a person, Muhammad, he came to do what? To be a servant of God, okay? I will believe in Allah, why I need to say the name of Muhammad? What is the Shahada for? Is it enough to say I witness that Allah is God? No. Muhammad is more important than Allah. There is a Hadith, it says, you see this topic is in this. Let me show you this Hadith. Maybe we can close it. Yeah, the CP is not the heftigste. Yeah, the problem is that the Christian Prince should actually talk about the great chefs, so that he should talk about it. Because what do you want the armen, the armen, the young Muslims, the Muslims or the girls, the ones who don't know, what do you want to do with the Christian Prince? That's crazy. That's as if a, 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 feel like he got involved on the team. world, спасибо. I have a presupported to King and a sec. Dann sehen, was abgeht. Genau so sieht es aus. Und deswegen sage ich immer, was nützt es mir, wenn ich gegen so kleine Muslime da debattiere? Für die reichen unser einer. Wir reichen schon für die kleinen Jungs da. Mittlerweile kenne ich ja auch schon viele, viele Hadiths und von ihm habe ich ja sehr viel gelernt. Mittlerweile kann ich das schon sehr gut mithalten. Für unser Wissen reicht schon, um einen Schech auseinanderzunehmen. Das meine ich ja. Was wollen die dann mit Christian Prince anfangen? Das ist doch verrückt. Das ist ja wahnsinnig. Das ist auf höchstem Niveau und das geht ja gar nicht. Die werden der Samung klanglos untergehen, diese Hobbymusliebe. Hier, setz dich mal kurz. Ich muss mal. Ja, kein Problem. Du könntest ja kommen. Ja. Ich versuche, die Webseite zu öffnen. Hier geht's. Diese Webseite sagt es. Übersetzt das auch. Amir ist aus dem debatischen Muslimen. Be mein Wissen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe das mit meinen Augen gesehen. Amir läuft davon. Von der Debatte mit den Muslimen. If not you, if not for you, Mohammed, I will not have a creative creation. So all der König ist... Ja, also wenn nicht für dich, Mohammed, hätte ich niemals eine, äh, sag ich mal, eine Kreation erschaffen, also die Schöpfung. How in the world, somebody believe in such a garbage, that the reason for us to be created, it is Mohammed. And the one is saying that, this is Allah, Allah said, if not for you. Hear the question. What do you, what do you, what do the respect of Ulema, Ulema mean scholars, maybe you can translate it. Was sagen die respektierten Gelehrten des Religions und der Scharia über dieses Hadith? The Hadith says, The Hadith says, Indeed, the Prophet of Allah, Allah pray on him and salute him, Allah, möge auf ihn beten und ihn grüßen, Is the reason for the creation of Adam. Ist der Grund, also Mohammed, Mohammed ist der Grund, dass der Allah, Adam erschaffen hat. Es gibt so nicht sowas. Alayhi Salaam and the universe. Und das Universum ist für Mohammed erschaffen worden. Also Allah hat das Universum und Adam für, äh, für Prophet Mohammed erschaffen. If, if not the Prophet of Allah, the universe will not be exist. Wenn es kein Prophet, äh, Mohammed gegeben hätte, hätte, äh, Gott das Universum nicht erschaffen. Then the Arsh. Arsh. Which means the throne, the throne of Allah. Ähm, the throne of Allah. And the chair of Allah. And the chair of Allah. And the table of, the tablet of Allah where he writes the Quran, you know. And where he wrote the Quran, you know. And the dish. And the pen of Allah. And the pen of Allah. And the skies. And the skies. And the earth, and the heaven, and the hell. Und, äh, der Himmel, und die Erde, und die Hölle. And the trees, and the stones, and all other creatures would not exist. Und die Bäume, und die Steine, und alle anderen Kreaturen würden nicht existieren. Also nur für Prophet Mohammed hat, hat, hat Allah uns und das Universum erschaffen. So, so, who is Mohammed? Wer ist Mohammed? Ist der jetzt höher als alles andere, oder was? Obviously Allah exists just for the sake of Mohammed. Ja, Allah existiert und damit er eben von Mohammed Sachen erschaffen kann. Also es hat er ja höher. Ja, da wollen die, äh, weil wir dealen hier, äh, Kolosser, Kolosser 1.15 wollen die kopieren. Ja, das stimmt. They want to be like Christ. And you can read the rest, actually. You can translate, take your time, read, because it's crazy. I mean, you will see that even there, the Prophet of Allah, he said that when Adam, he made a mistake. If you go down, you can go here. When Adam made the mistake, he made the mistake, which means the sin, he committed sin, you know. He asked Allah, I ask you for the sake of Muhammad to forgive me. Allah said, what? Oh Adam, how you recognize Muhammad when I have not created him yet? What happened here? So Adam, Allah is like, what? How you know? How you know Muhammad, where have you heard about him? Like he said, Allah too? Adam is Allah too? No, look what happened, Adam is smart, Allah is stupid. Adam he said, oh Allah, when he created me and blew into my spirit, I lifted my head up. And I saw written in your red chair, La ilaha illa la muhammad asulullah. But what? On the chair of Allah is la ilaha illa la muhammad asulullah. Sure, do you think Allah is the first one who converted to Islam? What are you talking about? And he wrote, he cannot sit in that chair, so Adam, he lifted up there. What is that? La ilaha illa 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 Allah. And notice, he is... And notice, look like Adam, looked like Adam was an Arab. In the Navy. How do you know how to read Arabic? So, look at the intelligence of the story. I mean, the one who fabricated the story is so smart. So, I get to know that you would only join your name with him, who is the most beloved to you. Just admitted that Allah, he joined his name with Muhammad. And then Allah said, O Adam, you spoke the truth. Indeed, Muhammad more beloved to me than anything. And when you ask me for his sake, I burden you. If Muhammad was not to exist, I would not have created you also from Imam. So, imagine how stupid, crazy this cult is. And they say to you, we don't worship a man. Allah himself worshiped this man. Allah himself worshiped this man. Allah, beloved. Seher den Muhammad hervorhebt. Aber lässt ihn dann an den vergangenen. If Muhammad was not to exist. Habt ihr gerade mitbekommen? Yeah. My beloved. The beloved of the father. And the second one. Jesus the son. Ja, der Teufel kopiert alles. Can you show this about the story, the baddest name for Allah and in judgment day is king of kings. Yeah, yeah, we will show it. Okay. But here, let us finish this here. Allah, Allah, you can hide out maybe. Allah. But the conversation between Allah and Adam. They used to play, you know, Shishko together, you know. And how Allah did not notice how Adam knew. I mean, Adam, how you know that, huh? How you know, Muhammad? Allah, we can't even know. Who knows about Muhammad? Then said, Muhammad, I have read on your stool, la ilaha illallah, Muhammad, la surah. Allah. Allah, he wrote it himself. And Adam could already speak Arabic. Also not Chinese, but Arabic. He spent like an equal of a thousand years just to write the name of Muhammad, all of the shaykh, Muhammad, la surah. Because the chair of Allah doesn't have the name of Muhammad. I mean, what's the value of this chair? We can't even say it in the market. It's true. Do you see why I'm very sad about this religion? Because of this religion, people are killed, you know. Our brothers and sisters are dying because of Islam. And the filthy cult of Islam is going to make Muslims brainwash to go and kill our brothers and sisters for this filth, you know. Yeah, madness. What is the narration of this? Is it a strong word? Is it a Sahih or what is it? Well, you see, the Muslims, this is an Islamic city. It's a question, huh? Yeah, this is a question. And they agree with it, you know. Now, some, they say, oh, this is, you know, the Muslims, they have sects. And usually, what Muslims, they do, when they, when they, they see that this is really stupid. In order to protect Muhammad's reputation, we reject. Also, when it's a dumb, a dumb, a dumb Geschichte like this, there are sects in Islam. But, but obviously, the scholars, like, you know, there is a website, it's sunnah.org. There is a website, it's sunnah.org. They say, they agree with it. Actually, this is a sheikh there. They say, indeed. They see everybody of the hadith, the rest of them. He says, indeed. You see, if you go back in the answer, you go back up, at the top of the page, you will see when he gave the answer, this is indeed the prophet. Indeed. The prophet. It's the reason of the prophet. And the universe, and the sky, and the earth, and the trees, and et cetera. So, all the stories reach for, like, they can deny maybe a hadith, maybe they don't agree with it. But, the conclusion is, all of them, they agree, indeed. That the reason of the creation, of all the earth, and the galaxies, and the, and et cetera, is Muhammad. You see the answer? This is the correct answer. Indeed. He wants to be Jesus. He wants to be Jesus. That's this father and son, this love he wants to be here. That's the love between the father and the son. Yes. That's the love between the father and the son. You can explain it. Yes. You see here, that someone here, the love between the father-sher and the son-sher. This relationship. That's all, as the brother said, in Colossians 1, 15 or 16? Yeah, from 15 to 18, I believe. That there is, that everything is created for him, for him. So, like, the story with Mormon. Everything is created for Mormon. Colossians 1, not 15. Colossians 1, 15. Then, let's say, from 18. And then, you were seeing the same. Yeah, right. Let's say, from 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Also, Jesus Christus. Denn ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare seien es Throne oder Herrschaft oder Fürstentümer oder Gewalt. Jetzt kommt's. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Sehr gut. Und das kopiert Mohammed. Versteht ihr das? Alle auch Mohammed kopieren diese Story. Wahnsinn. Ja? Und geben sich selber dann sozusagen diese Ehre, die dann in der Bibel steht. Dann weißt du jetzt, woher das geklaut ist. Sehr gut sozusagen draufgekommen. Sehr gut draufgekommen in der Colossians 1, 16. Ja, man hört das sofort raus. Alles ist für Mohammed erschaffen worden. Das steht doch in unserer Bibel. Alles ist für den Herrn Jesus gemacht worden. Alles ist durch ihn und für ihn. Ja, genau. Und Allah macht alles nicht durch Mohammed, sondern für Mohammed. Also, die Hälfte geht es durch. Pure Antichristen. Ja, anstelle von Christus sich setzen. Solche Sachen sind es Antichristen. Jetzt würde nur noch fehlen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Schau, dass der Bruder nicht immer hier ist, ne? Ja. Ja, wo der Kopp wahrscheinlich ist. Ja. Zerfetzt. Immer haben zerfetzt. Ja. Aber es geht auch nicht darum, irgendwie was zu zerfetzen. Es geht auch nicht darum, euch eure Augen zu machen. Es geht auch nicht darum, euch zu widerlegen und irgendwie eure Gefühle kaputt zu machen. Aber wenn es nicht anders geht und die Wahrheit immer nicht immer... Den meisten schmeckt die Wahrheit ja gar nicht. Die Wahrheit hat den Menschen nie geschmeckt. Und ich weiß, dass ihr, wenn eure Herzen das hier gerade sehen und eure Augen das sehen und eure Herzen gerade richtig am Schlagen sind und ihr erkennt, dass alles durch den Herrn Jesus und für den Herrn Jesus geschaffen und gemacht wurde. Und wir sehen in den Hadithen, dass genau dieser Schreiber, das alles kopiert hat und Mohammed die Ehre geben wird. Nein. Unserem Herrn Jesus Christus gebührt die Ehre. Denn er ist Gott der Allnächtige. Er ist den Gepriesen. Weil was war vorher? Diese Verse waren die nach... Also nach 600, nach Christus oder vorher standen die Sachen da schon in der Bibel? Ja, schon vorher. Vorher? Also hat jemand von der Original geglaubt? Wer ist original? Die Bibel ist original. Als du gesagt hast, was kommt denn zuerst? Die Fälschung von Rolex oder das Original von Rolex? Natürlich kommt doch erst mal das Original. Dann kommt die Muslime auf die ignorantesten Aussagen. Ja gut, aber wenn sie so mit ihrer Seele in der Ewigkeit spielen sollen... Wenn ihr so mit eurer Seele dann umgeht, dann... Dann muss sie auch das Ertrag. Bezahlen, ja. Hier kann es ja jemand dabei sein. Ja ok, genau. Öffnen wir das mal raus. Was denkt ihr? Mache auch das. Bis zum ersten Mal. Damit wir zeigen, dass auch Mohammed direkt neidisch war auf den Herrn Jesus. Dass er genau diesen Namen nimmt, der in der Bibel beschrieben ist. Ok, übersetzen. Und mach schon mal den Bibelfers auch auf. Wo der Herr Jesus sagt, ich bin der König der Königin. Auf seinen Gürtel steht. Ich bin der König der Königin. Auf seinen Gürtel steht. Ich bin der König der Königin. Und so weiter steht alles. Ich bin das A und das O. Sonst geht auch immer bei Google. Google doch schnell mal. Google doch schnell mal. Google das schon. Hier gründete Geburt. Sein Haupt war... König der Könige, bitte. Benni. Also es ist Offenbar. Offenbar 19. Offenbar 19. Offenbar 19. Offenbar 19. Ok. Geh wieder zurück zum Hadith. Lass uns das erstmal lesen. Nein. Erstmal den Hadith und dann zeige ich den. Achso. Ok. Alles klar. Erstmal den Hadith. So. Hier sehen wir einen sehr sehr starken Hadith. Sahih al-Bukhari. Und der wurde von Abu Hurayla überliefert. Dem Typen, der alle Hadithe fast überliefert hat. Den meisten. Sahih. Ja. Allahs Messenger said, Allahs Gesandter sagte, der grauenhafteste Name, den Allah am Tage der Auferstehung sieht, wird der sein eines Menschen, der sich selbst Malik al-Amlaq. Das bedeutet, der König der Könige nennt. Kennt ihr jemanden, der sich König der Könige nennt, die Muslime? Ja. Offenbar 19. 16. Allah hasst Jesus. Diesen Namen König der Könige. Denn das ist der Name meines Herrn. Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also. Ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Und diesen Namen hasst Allah. Und diesen Namen hasst Allah. Und diesen Namen hasst Allah. Wer könnte Allah sein, der Jesus Christus hasst und seinen Titel? Wer könnte Allah sein? Wer ist Allah? Wer ist Allah? Wer ist der King of Kings? Wer ist nein? Wer ist nein? Das hat alles gut gemacht. Nein, er ist nicht. Er ist nicht die Luzifer. Er ist nicht die Luzifer. Die alte Schlange. Das ist die alte Schlange, oder? Welche ist der Teufel und der Satan? Okay, ja. Wir können jetzt an dieser Stelle Pause machen, oder was? Amir? Also ich bin jetzt schon langsam da um. Ich könnte weiter machen, nur ich muss mich dann langsam verabschieden. Okay, kein Problem. Wenn ihr nur weiter macht, dann macht. Kann mich, hier fragt jemand, kann mich, äh, Bruder, Bruder. Jetzt ist einer, der lädt dich ein zum Helden. Moment mal. Kann mich, ah, mir zum Hangout einladen. Kann mich, ah, mir zum Hangout einladen. Nein, wieder, ich hab nichts gehört. Sie müssen jetzt für Jesus einladen. And then we can start again, anytime you want, if you want. In 20 minutes again? Anytime you want, I mean, if you want to continue, because maybe people, they want to gather their thought together, ask questions, etc. We can do that. You want to do it tomorrow, we do it tomorrow. Maybe we can make it part two, at, uh, tomorrow. Yeah. 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 Look, you know, and the people, they can get their questions, and all the questions are welcome, you know, we don't need to know the question. Yeah, also, der Sipi sagt dann, schreibt euch eure Fragen auf, wenn ihr Fragen habt. Wir haben euch auch unseren Skype-Namen gegeben, sodass ihr selber über Skype auch uns anrufen könnt, sodass ihr direkt live, one-on-one mit Sipi reden könnt, aber auch gerne gegen mich, weil es ist ja nicht schlimm, ich kann ja auch dagegen halten. Nur, das Gute ist, dass der Arabisch spricht und mir die ganzen Quellen direkt zeigt, die ich brauche, weil er erkennt das sofort, weil ich kann nicht auf Anhieb diese ganzen Sachen aufrufen. Guck mal, hier sagt einer, Semis heißt er, er sagt, wie sollen wir das machen, ich will konvertieren und eine Schwester, denke ich mal, Schwester schreibt gerade, er will Jesus live annehmen und will dich irgendwie erreichen. Menschen. Also, wir haben ja Skype, die Nummer haben wir gerade durchgegeben, also, wenn du jetzt wirklich anrufen möchtest, dann tu das doch, oder auf Debate TV, also, wenn das jetzt ernst gemeint ist, dann ruf doch an, ähm, genau, da, Debate TV, das ist, äh, der Skype-Name, genau, also, das ist alles über Skype, ne? Ja. Weil ich das Poste wird schalten. Ja, er hat noch einen Schritt, ja. Zimi hat das auch in den Chat gepostet, klick drauf, und ruf an. Ja, die schreib mal, ruf an, und kannst du anrufen, ne, kannst du jederzeit anrufen, jetzt anrufen. Die können verlaufen für euch. Das wäre ja natürlich sehr, sehr, sehr... Ist die Nummer Deutschland, ne, das ist, das ist übers Internet. Sky. Das ist, das ist keine Telefonnummer in dem Sinne, sondern ein Name und du rufst an, und das kostet dich nichts. Ja, die schreiben, ruf an, trau dich, es wird dir gut tun. Amen. Also, wenn du das ernst meinst, und dann ruf doch bitte an. Trau dich. Keine Angst. Du kennst, wenn ein Muslim ein Jesus das über Jesus nicht ein Trauer macht, was wir ein Trauer machen können. Die Muslime denken, er macht etwas für Sie. Das ist für dich, das ist deine Tastätigung. Es ist deine Rettung, wir haben noch gar nichts davon. Es geht, genau. Er schreibt, ich installiere es keinen Weg. Wir müssen es installieren. Wie ihr seht, es ist ein Freitagabend, all of those guys are young guys, they can go out, they can go out, we can go out, we can go out, they work the whole week, and now it's time to rest. Wir wollen vor allem euch in Sanftmut, Friedfertigkeit, wirklich im Friede des Herrn Jesus, euch wirklich zum Herrn Jesus auch bringen. Und es geht uns nicht um unsere eigene Ehre, es geht wirklich hier um jede einzelne Seele. Es geht hier um jede einzelne Seele. Wie wunderschön ist es auch, zum Herrn Jesus Christus zu gehören. Wie wunderschön ist es, dem Herrn Jesus Christus zu folgen. Und der Jesus sagt selber, es ist keine größere Freude, als dass ein Sünder zur Buße kommt. Oder eben, die sollen halt diese Sachen, was Christian Prinz gezeigt hat, eben umsetzen. Die sollen das Gesicht waschen, mit Hundescheiße und so weiter, in diesem Wasser, mit Menstruation. Nachmachen oder sein lassen. Practice it or leave it. In Menstruation, blood, do it or leave it. I want to see Muslims jumping in the Arabi Da'a with dead dogs and don't you throw the prophet to it. Ja, verstehst du? Sag das mal bitte den Leuten. Ja, also wenn ihr Mohammed ernst nehmt und ihr wirklich der Sünder des Propheten folgt und wir den Hadith haben, in dem er in menstruationsbeflecktem Wasser sich zugemacht hat und in tote Hunde gebadet hat. Und sagt, Wasser ist rein. Wer macht das? Warum sehe ich ein Muslim, der die Sünder seines Propheten hat? Nachahmt, ja. Das machen die Muslime aber nicht. Das machen die Muslime. Die werden ihre Voodoen nicht mit Menstruationswasser machen. Das ist das. Simis, bist du noch da und installierst dir gerade Skype? Ja, ja. Dann warten wir. Die wollen das nicht machen, aber auch islamisch verlassen. Also total, total verrückte Situation. Also wir warten jetzt erstmal. Verrückte Situation. Ja, also okay. Und man muss ihnen Zeit geben, eben diese Quellen zu prüfen, dass das wirklich so ist, dass das so steht, in den Quellen. Ich will make a screen. Ja, installiert. Ja, antwortet. Ja, ich installiere. An jeden, der uns gerade zuguckt, also beziehungsweise die Brüder im Hintergrund hat und der mich gerade sehen. Ich sage euch, ihr werdet eines Tages in den Tod gehen und euch wird niemand zur Seite stehen. Ihr werdet alleine mit euren ganzen Sünden vor dem Herrn Jesus stehen. Ich sage ihnen, the peoples, you will one day die, anyway. And you will stand up for Jesus with all your sins. That's why I'm saying, repent today, because tomorrow it's maybe it's the last day. Tomorrow is coming, maybe a second or time from now, you know. We don't know. Not only this. You see, all of us, we come listen. We don't, we Christians, we don't want to be hypocrite, claim that we are better. Also wir Christen wollten jetzt nicht so sagen, dass wir jetzt vor die sünden freien Menschen werden. Wir sind Sünder. But at least follow someone who commit no sin. So he can save you. I mean, why am I for it? the Quran confirm that Muhammad is a sinner. Also the Quran confirm that Muhammad is a sinner. And the Quran confirm that Jesus has no sin. And the Quran confirm that Jesus has no sin. So even if you believe that Jesus is a prophet, how you follow someone like Muhammad, how do you follow for us, for us is a good rule. Don't be hypocrite, compare between... But if you that's comparison between the Muslim and say, I must here between Propheten will zwar not verglichen, but the Quran tells us, that the who he has no sin, the who he has no sin, then we see that Allah even says, that the people who he has are higher than the normal prophetess. So Jesus is higher than all other prophets. So I don't understand how man so Muhammad verehren can, if Jesus is greater than Muhammad. Jesus doesn't to the Islam. A man can like God and then a prophet doesn't does not do anything. It is a friend body. Jesus is a friend body with the man not um can. That is also prophesied worden. It is a Eckstein gelegt and on the people stoßen and the people are Jesus Christus to the Bible Muslims ask for forgiveness and the forgiveness of the Bible 47 19 yes Jesus in the Bible forgives sin when Jesus said to the man your sin is forgiven the Jews they wonder who is this guy is 2 5 who are you to say sin who can forgive sins ask any Muslim who can forgive Muslims it is Allah God or he said God 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 Jesus god und zu den gelingen Sohn, deine Sünden sind die vergeben your sins, your sins are forgiven und nicht nur das, sie drehen ihre MIND und dann sieht sie wie sie reagieren und dann sie sagt sie zu ihnen, welches ist es einfacher? sie sagt zu ihnen, ihr Sünden ist vergeben oder take care of your bed and leave es ist unglaublich sie sagt zu ihnen, sie hat zwei Dinge, niemand kann es tun sie forgives sinnen und sie macht den mann, der kann nicht walk, walk oder liest weiter, bis sie sieben ist und hier, explain to them I can say, your sin is forgiven I can be a false word ich kann auch sagen, wir sind deine Sünden vergeben aber in der Situation zeigt er Jesus, dass er Autorität hat weil in der Situation lässt er ja ein Gelebt aufstehen und Jesus did not do it but the purpose was not to do a miracle he just said forgive sin but because they don't believe and they were wondering, how you can do that he said, which one is easier? which one is easier for you? anyone can say I forgive your sin I forgive your sin or I make him walk which one is easier? he did the impossible because no man can say to a man you go to the doctor you go to physical work you do et cetera I understand you also Jesus hat das Unmögliche gemacht er hat dem Typen seine Sünden vergeben und ihm gleichzeitig dann noch und ihm werden sie auch noch geheilig und jetzt pass mal auf die Reaktion der Juden es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten die dachten in ihren Herzen Achtung, was redet dieser solche Lästerung? wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? wer spricht das sonst noch außer die Juden heutzutage? die Muslime ist dasselbe die Pharisäer und die Muslime ist alles das gleiche das stimmt der du nein, wie können nicht Jesus annehmen er ist ein Mensch er kann doch einen Sünden vergeben das ist ein Pharisäer es ist das gleiche Pharisäer, Pharisäer und die Muslime sind alles gleiche Mohammed he was the Jews have big impact on him remember he lived with the Jews for long and he was always trying to copy the Jews in certain years Mohammed was trying to convince the Jews that he is a Jew like them this man is a very hypocrite he is like Obama he plays on every whole side he went to Israel he were the head of the Jews he prayed in front of the temple he wrote the letter in the wall and he put it at all he went to Egypt he praised Mohammed he called the Christians he prayed the Gospel he went to the atheists he made fun of the Bible he is everything Mohammed is exactly the same with the Jews he is a Jew with the Christians he is a Christian with the Sabian he is a Sabian with the pagan Arab who kiss black stone he kissed black stone for them why Mohammed kissed black stone just for the sake of the Arabs because the Arabs like it this is their God so he kissed the black stone I kissed him you like the Kaaba ok he was during that time he was trying to convince the Jews whole game the Muslims they danced behind the they danced with the Kuraij with the black stone he kissed 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 he saw the Jews the Jews the Jews he kissed he kissed was und die muslime glauben in 1,6 milliarden menschen betrogen und betäuscht oder guck mal du hast gerade gewählt muslime sagen wie kann denn ein anfang solche dinge gewusst haben in damaligen zeiten der zeig mir was hat er denn gewusst das ist aber dass man es aus seinem rücken kommt yes mohammed sagt die semen bekam aus der backbombe und rippen und sogar die sperma kommt von der chest das ist wahr, das ist wahr, als ich in den osten war und ich sah einen Mann mit einem accident und eine öffnung hat und ein sehr viel rücken kam also als er in der osten war hat er einen rückfall gesehen und dann hat er so einen typen gesehen der irgendwie rücken rücken die samen raus kamen oder sagen die das damit die noch mehr reservoir haben so ansehen dass sie noch mehr krank haben ja thales thales das war ja damalige zeit medizinisches wissen von thales das war ein hippokrates und krates nein das war ein mediziner garlen und thales ich weiß es nicht mehr kann sein von grahlen ja genau bruder du hast gerade gelesen vers 7 bis vers 7 und sie sagten was redet dieser solche lästerung wer kann sünden vergeben als allein nur gott und guck mal ein satz weiter und sogleich erkannte jesus in seinem geist dass die bei sich so dachten und sprach zu ihnen was denkt ihr dies in euren herzen wer kann denn in die herzen schauen wenn nicht gott selber ist das ein gibt es irgendwo in einer aufzeichnung dass ein mensch in herzen geschaut steht doch die ganze andere sind in die die herzen der ungläubigen ja hier ist es jesus denn die herzen der menschen was macht was macht allah mit den herzen der nicht muslimen der seht hass und feindseligkeiten unter ihnen wie sieht es aus mit dem wie hieß der semin sehen sie siehst oder ich hab seinen namen jetzt ja wie sieht es aus mit deinem skype hast du das inzwischen runtergeladen ich sag's euch ich empfinde es euch allen die ihr gerade zuguckt es ist endzeit leute das höchste zeit höchste zeit dass ihr eure sünden bereut und aussteigt von dem herrn jesus und dann müsst ihr wirklich schon reuzeiten genau da müsst ihr von neuem geboren werden sonst seid ihr in größter gefahr ich hab eine nachricht bekommen ach so das ist diese verarschung das ist der nicht das ist das ist die verarschung was sieht man dann das irgendein ricardo petri johnson hat die kommentare deaktiviert nein das war ein video von pier vogel der sich ein scherz ausgemacht hat dass das sie eben das nicht annehmen darf und geh mal nach oben was er schreibt der typ das ist das was ich meine der muslim das nimmt das ernst was der vier vogel und der vier vogel hat er einen scherz gemacht hat er gesagt wenn muhammad in euren traum kommen würde sagen würde islam ist die wahl würdet ihr das annehmen weil er nur in einen traum reinkommt also dürfen wir auch diese geschichten wenn ein jesus in den traum reinkommt nehmen wir nicht an hat er so hat er das gemeint sehm ist bist du noch da gib mal bescheid bitte wenn jemand den herrn jesus christus annehmen will dann ist es die beste entscheidung eures lebens ich sag's euch das ist der menschliche blood im tuhr nicht mehr abhauchen da können die menschlichen scherz das mit dem menschlichen scherz und hier buchhari ist sehr scherz ja das ist sehr scherz Und es gibt viel Blut, um es zu prüfen, das Blut zu prüfen. Mein Bruder sagt, wir haben diese Hadith und gehen zur Maske und sagen, praktisch es, bitte. Hier, die Propheten. Ja, die Propheten. Der Prophet, der hat viele Lüge gehabt, wie bei Shampoo. Der Siemens schreibt, dass er jetzt... Ja, der Siemens ist nervös. Du musst nicht nervös sein, meine Lieber. Er schreibt, ja, ich bin da, ich bin aber nervös, Skype ist installiert. Kein Problem sein, der Herr Jesus ist mit dir, Gott ist mit dir. Genau, mach es einfach, ruf einfach an. Alles andere ergibt sich. Also wir reden Liebe mit jedem Bruder hier und wir haben ja auch keine irgendwelchen Vorurteile oder irgendwas. Wir reden hier mit jedem Menschen. Ob für Heiden, ob für Juden, ob für Moslems, ob für Hinduisten, das spielt alles keine Rolle. Jesus hat selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, und wir haben die Errettung erfahren durch den Herrn Jesus. Er hat uns neu gemacht. Er hat unsere alte, sündige Natur. Hat er in uns bewirkt, dass wir sie ablegen und haben den neuen Geist bekommen von ihm, den Heiligen Geist. Und wir wollen hier keinen Menschen verurteilen oder sonstiges. Wir sind hier, um die Wahrheit zu verkünden, um diejenigen hier, die wirklich zum Herrn kommen wollen, wirklich zu ihm zu führen. Wir warten noch ein paar Minuten auf dich. Entschließ dich, dir passiert nichts. Wenn du einmal angerufen hast, ist alles scheiße. Kann ich dich aber dann... Du kannst doch persönlich anrufen. Okay, nein, der hat eben den Liebling Amir und dann soll er das mit dem Amir machen. Genau. Also geh nochmal auf das, was er geschrieben hat. Dann ruf halt PM. Kann ich, aber... Amir hat ihn überzeugt, schreibt er. Ja, der Amir ist ja hier. Du kannst ja mit Amir reden. Guck mal, ich brauche... Ja, der kann ja gerne anrufen. Das muss man ja noch sagen. Ruf doch... Amir ist doch jetzt live hier. Wir sind alle still und du kannst mit Amir reden. Du brauchst dich nicht zu schämen. Manchmal habe ich auch Angst, irgendwie live zu gehen. Und was ich sage... Ich lasse einfach... Ich mache einfach irgendwas. Weißt du, was ich meine? Wenn wir unser Körper nicht zur Verfügung stehen, dann... Ruf dann, ruf dann. Okay. Hallo? Hallo? Ja. Ja, wir hören dich. Wir hören dich. Hallo? Wir hören dich. Wir hören dich. Wir hören dich. Ja, dann hör du das Tablet. Verabschieden. Das wäre natürlich Hammer, nach unserer Arbeit, dass jemand zum Herrn kommt. Ja, das ist sicher. Dann würden wir... Willst du das vielleicht ausmachen? Nee, machen wir das. Das wäre natürlich der Wahnsinn, mit dem Herr Jesus direkt live unsere Arbeit belohnen würde. Direkt, direkt, ne? Mach ich einfach mal hier das Bild. Ja, das ist einfach mal. Ein Bild. Ja, der geht mal hier. Hallo? Ja? Hi! Hallo, hörst du mich? Hallo? Ja, hörst du mich? Hallo? Hallo? Hallo, hörst du mich? Nein, du sprichst in Englisch. Nein, du sprichst in Englisch. Hallo? Du sprichst in Englisch? Hallo? Du sprichst nicht? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Kannst du da reingehen? Kannst du da reingehen? Aber der kann ja über den Stream hören, ne? Also der kann da sagen und wir können ihm hier drauf ankommen. Über den Stream. Kannst du uns hören, wenn wir über den Stream mit dir reden? Oh nein, dann musst du ja auch schalten. Ich glaube, das passt dann nicht. Hallo? Hallo? Genau. Oder soll er hier fassen? Ne, das bin ich auch nicht so. Wenn wir da hier geraten. Okay, nochmal. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich höre meine Stimme. Ich höre meine Stimme. Ja, okay. Ja, hörst du unsere Stimme? Hörst du uns? Kannst du uns hören? Ja, höre ich. Kannst du hören. Ja, aber ich... Ja, aber durch YouTube. Durch YouTube? Also hier. Hier. Also ist ja kein Problem. Ja, ich bin doch sowieso hier. Ja, musst du laut reden. Ja, genau. So, mein Lieber. Du hast dich entschieden, dem Herrn Jesus Christus dein Leben zu übergeben. Ja, du hast ja selbst mit deinen eigenen Augen gesehen, was da los ist. Ich weiß, ich weiß. Ist schon krass, ehrlich gesagt. Wie kann man denn einer Religion folgen? Das war nur ein Bruchteil von dem, was der Bruder uns gezeigt hat. Verstehst du, was hier los ist? Dieses... Wenn man die zwei Charaktere miteinander vergleicht, Jesus und Mohammed. Jeder normale, funktionierende, denkende Mensch, der diese beiden Charaktere miteinander vergleicht, kann nicht Mohammed folgen, wenn er bei gesundem Menschenverstand ist. Du hast ja gesehen, dass er ein verzauberter Prophet ist. Unter schwarzer Magie stand er. Wie können wir den weiteren Sachen vertrauen? Ja. Also ich würde niemals meine Seele so einem Menschen anvertrauen. Verstehst du? Weil wer sagt mir, dass er nicht auch woanders unter schwarzer Magie stand. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn Satan den Eimer unter Kontrolle hat, dann hat er auch mehrmals unter Kontrolle, glaube es mir. Warum hat denn der Satan keine Kontrolle über den Herrn Jesus? Nein. Als er zu ihm gesagt hat, weiche von mir, Satan. Hör auf, mich zu versuchen. Du sollst deinen Herrn nicht in Versuchung bringen. Ja, der Satan hat gewusst, mit wem er dort an diesem Hügel ist oder am Berg, was die Geschichte dort zeigt in der Bibel. Ja, wo der Satan ihm gesagt hat, das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Ja, Jesus hat der Versuchung ja standgehalten. Aber im Koran sehen wir, dass Mohammed sich gebeugt hat von drei Götzen, Allah, Al-Usa und Manat. Ja, die berühmten satanischen Verse. Das macht den Muslimen wirklich Kopfschmerzen, diese Geschichte. Weil sie können sie nicht wahrhaben und auch nicht erklären. Und das ist ein riesengroßes Dilemma, was den Muslimen widerfährt. Aber das ist auch wieder nur eine kleine Kleinigkeit von dem, was noch alles hier zu finden ist. Aber wichtig ist, dass du dein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen musst. Weil es kann sein, dass du morgen nicht mehr lebst. Verstehst du, was ich meine? Heute noch, heute noch zum Glauben kommen. Muss du tun? Ne, aber Armin, ich höre dich nicht mehr. Also ich sehe das viele Geduld nicht mehr. Es hat sich verzögert. Hörst du meine Stimme? Ja. Das kommt ja auch verzögert an. Komischerweise schreibt auch keiner mehr. Mach wieder links, warte. Ich muss nur sagen. Aha. Hörst du mich jetzt? 24. Ja, ich höre dich. Okay, super. Es ist wichtig, dass du dein Leben dem Herrn Jesus Christus heute noch übergibst. Warte nicht auf morgen. Denn du weißt nicht, ob du noch die weiteren 10 Minuten noch lebst oder nicht. Du bist ja kein Prophet, der in die Zukunft gucken kann. Heute noch dem Herrn Jesus Christus dein Leben übergeben. In einem Gebet. Wir können auch gerne zusammen beten. Lieber Armin, weißt du, ich habe wirklich ein bisschen Angst wegen meiner Eltern. Ich weiß nicht, wie sie mich drauflegen. Ja, aber meinst du, was ich Angst hatte? Trotzdem, aber wer ist denn wichtiger? Der Herr Jesus oder meine Eltern? Das ist doch meine Entscheidung. Darin muss ich dann leben. Was ist die Wichtige? Ja, was ist die Wichtige? Gott oder diese Welt? Das wird alles vergehen. Du wirst ohne deine Eltern in den Tod gehen. Oder wirst du mit deinen Eltern Hand in Hand in den Tod gehen? Ja, also. Ja. Du wirst doch ohne deine Eltern in den Tod gehen. Oder denkst du, dass du Hand in Hand irgendwie mit deinen Eltern... Und dass sie was für dich machen können. Ja, die können nichts in der Ewigkeit für dich machen. Deine Mutter hat dich hier geboren und du bist auch... Du musst dich direkt in Richtung deinem Schöpfer bewegen. Ja. Und er wartet auf dich, der Herr Jesus. Der hat alles für dich gegeben am Kreuz. Alles. Und das Schmerzen hat er für dich bezahlt. Deine vorherigen Sünden und die Sünden, die danach kommen. Weil du kannst ohne den Herrn... Kein Mensch kann ohne den Herrn Jesus das bestehen. Wie ich immer sage, Adam und Eva hatten ja nur eine Sünde. Und die wurden sofort aus dem Paradies geschmissen. Weil Gott nicht Gemeinschaft haben kann mit Sünde. Verstehst du? Weil er heilig ist. Weil er heilig ist. Und deswegen hat er einen Plan gemacht, in dem er seinen Sohn geschickt hat. Ja. Ja, er kam selber in seinem Sohn, um für seine Geschöpfe zu bezahlen. Das ist das Evangelium. Gott liebt die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16. Und der wichtigste Vers für dich ist die Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 3. Wenn ihr nicht von neuem geboren werdet, so könnt ihr das Reich Gottes nicht erben. Deswegen, mein Lieber, ich sage dir, geh nochmal kurz tief in dich rein. Mach die Augen zu. Und denk über dein Leben nach, was du alles falsch gemacht hast. Dir muss dein Sündenbewusstsein klar werden. Dir muss richtig klar werden, dass du in deinem Leben Menschen wehgetan hast und dir auch wehgetan worden ist. Und dass du das alles hinter dir lassen willst. Und dass du den Herrn bittest, dir seinen Heiligen Geist zu schicken. Und er wird es tun. Wenn du es aufrichtig und ehrlich meinst, dann wird es geschehen. Bist du bereit? Hey, sag dir mal, frag mal, wie alt du bist. Wie alt bist du denn? Ich bin 24, ich werde in ein paar Wochen 25. Er ist 24 und wird in ein paar Wochen 25. Ich bin 25. Hier, ein Bruder ist auch 24 und der ist seit seinem 16. Lebensjahr im Glauben. Hör mal, Bruder, ich habe mich mit 16 bekehrt. Ja? Ich bin zwar aus einem gläubigen Elternhause. Ich schalte dich nicht mehr ab. Hörst du mich? Du, als Jubel, es steckt in deinem Eier zu. Hörst du mich jetzt wieder? Wieso geht das nicht über die Skype? Das verstehe ich nicht. Noch mal anrufen oder auf den anderen Mal über Skype. Willst du den mal adden? Ja. Du, leg mal kurz auf. Er soll deine Adresse in deinem Eintritt haben. Schreib mal deine Adresse bitte in den Kommentarbereich. Du weißt, du kannst mich nennen, wenn du willst. Ich kann nennen. Ich kann nennen. Ja, ich kann nennen. Leg auf und der Bruder ruft dich jetzt an. Reden wir weiter. Betet, ihr Lieben, dafür, dass der... Sie haben deinen Namen oder was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dass er zum Glauben an den lebendigen Gott Jesus Christus kommt. Du hast ihn? Ja, hier ist es. Es steht, Fadi Khalil. Aber wir sehen uns, wie wir ihn suchen. Er ist ja, wie wir ihn suchen. Aber ich denke, das ist ein sehr schweres zu finden. Ja, wir sehen uns. Und ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Nicht zu viel. Ich bin. 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 gemacht hast, quasi vor deinen Augen sehen, weil du musst dir bewusst sein, dass du ein Sünder bist, weil viele, die sagen, ich brauche Jesus nicht, wenn ich mit denen rede, ich schaffe das auch schon so, dann sage ich, okay, gut, du kannst selber für deine Sünden bezahlen, aber der Herr hat dann einen Ort erschaffen, da wo Sünder hingehen und da kannst du auch gerne bezahlen, wo Dämonen und alles sind, da kannst du gerne dann bezahlen, das ist dann auch fair, weil der Herr Jesus Christus zwingt niemanden, so wie Mohammed, Mohammed hat nämlich in einem Hadith gesagt, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin, kommen sie dieser Forderung nach, so sind ihr Leben und ihr Besitz von mir sicher, also sehen wir, dass Mohammed die Menschen zum Islam gezwungen hat, der Herr Jesus hat die Menschen mit freiem Willen bestückt, verstehst du, die sollen mit freiem Willen zu ihm kommen und das ist der riesenlose Unterschied zwischen Mohammed und Jesus, wenn du möchtest, gehst du gerade nochmal kurz in dich hinein und dann überlegst du nochmal, ob du wirklich dem Herrn Jesus Christus dein Leben übergeben willst oder nicht. Weil wie ich dir gerade gesagt habe, du willst ja in den Tod gehen, ob du willst oder nicht, ob du jetzt eine Entscheidung triffst oder nicht, denn du hast dann eine Entscheidung getroffen, entweder für ihn oder gegen ihn. Für ihn, genau, das rate ich dir auch und jedem Muslim, der gerade zuguckt, das rate ich dir vom Herzen, dass du das machst. Ich weiß, dass dein Umfeld katastrophal darauf reagiert und ich weiß auch, dass ich weiß ja nicht, ob du muslimische Elternteile hast oder keine Ahnung, was bei dir da ist. Ich habe das muslimische. Ah, okay, du hast muslimische Elternteile, okay. Dann ist das natürlich noch ein wenig schwieriger, aber da sagt der Herr, wer um meines Namens willen alles aufgibt und alles hinter sich lässt, das heißt auch die Familienmitglieder hinter sich lässt, der wird alles hundertfältig zurückbekommen, weil er weiß, dass die Nachfolge mit Schmerz verbunden ist, mein Lieber. Das muss dir bereit sein. Das muss dir bewusst sein, weil du siehst ja, was in der islamischen Welt abgeht, wenn man sich zu Jesus Christus bekennt. Man wird verfolgt, so wie der Herr Jesus Christus sagt, bedroht und man muss sogar mit dem Leben bezahlen. Und der Herr Jesus hat das ja auch gesagt und es trifft alles so ein. Die Muslime verfolgen ja meine Glaubensgeschwister in Christus, weil der Koran ja dazu aufruft und alles. Ja, wir können das ja nicht leugnen, nur die Euro-Shisha-Brainwash-Muslime machen, ja sowas. Und das tut mir weh, verstehst du? Weil diese Ignoranz, das ist ja unfassbar. Was hat dich denn dazu bewogen überhaupt zum Herrn Jesus Christus? Ja genau, was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, den Herrn Jesus Christus jetzt in diesem Livestream zu suchen oder anzunehmen? Also ehrlich gesagt, ich will den annehmen, aber ich verfolge schon deine Videos schon sehr lange, seit letztes Jahr etwa. Sag mal jeder deine Videos, die du mal postest auf YouTube und lass mich wirklich daran überzeugen. Ich habe auch die Quellen überprüft und den Koran und ich habe versucht, meinen Eltern zu beweisen, dass es unsere Religion nicht stimmt, aber ich konnte es nicht doch irgendwie offiziell sagen, dass unsere Religion nicht stimmt, der Islam. Nicht, dass sie mir irgendwie so komisch angucken und so. Ich weiß ja nicht, wie sie sich darauf reagieren. Ja. Weil ich würde es die und gerne meinen Eltern beweisen, aber ich weiß nicht, wie. Und ich habe deswegen angerufen, weil Christian Christus, der bei euch ist, Arabischsprache ist. Und ich bin auch in Arabischsprache da. Ach, du hast das gerade alles gesehen mit deinen eigenen Augen gelesen, ne? Ja. Kannst du Arabisch sprechen? Ich kann Arabisch, aber ein bisschen. Also ich verstehe schon Arabisch, aber meine Eltern wissen mehr Bescheid. Weißt du, weißt du, Amir? Und wenn jetzt meine Eltern unterhalten mit Christian Prince, dann kann es jetzt mehr Beweise geben für meine Eltern, dass wirklich das Islam nicht wirklich die wahre Religion ist. Wo sind denn deine Eltern? Sind die schon am Schlafen oder was machen die? Nein, nein, die sind rot, aber gucken kreise. Ach so, okay. Ja, aber die sind sehr, sehr ignorant, was das angeht, ne, glaube ich. Ja. Ja, um die zu überzeugen, wird es schwierig sein, ne? Nein. Aber ich schätze immer, wenn ich das gut anrufen habe, dass ich mit dem mit Christian Prince, weil ich habe diese Möglichkeit, mit Christian Prince mit euch natürlich darüber zu unterhalten und meinen Eltern darüber, dass ich wirklich beweisen kann, dass wirklich der Islam nicht die wahre Religion ist. Wir haben das ja gerade nur bruchteilmäßig bewiesen. Das war ja gar nichts. Der Bruder Stipi, wenn der weitermachen würde, dann wird der bis nächstes Jahr noch dran sein, um zu zeigen, dass der Islam nicht die wahre Religion ist. Ja. Verstehst du die Beweise, wie erdrückend die sind gegen den Islam? Aber er weiß nicht, wie er Angst hat. Er ist auch Angst. Er ist auch Angst. Er ist auch Angst. Ja, er ist sehr Angst. Aber kannst du bitte in Matthäus 10, 38 und 39. Ich lese dir mal aus Matthäus 10, 39 vor. 38. 38. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also es wird harte Nachfolge. Ja, also der Herr Jesus warnt auch die Menschen, die sich zu ihm bekennen, dass es eine sehr, sehr harte Nachfolge werden kann. Kann, kann, kann. Nicht in jedem Fall, aber es kann sein, dass er eben eine harte Nachfolge bekommt. Aber Jesus gibt auch Kraft. In Matthäus 11, 27 steht hier. Genau, der Herr Jesus gibt dir heute Kraft durch die Schrift. Kommt her alle, die ermüße dich. Guck dir das an. Wir sitzen hier und ich setze ja mein Leben ein dafür, dass Muslime die Chance haben, eine andere, die Wahrheit zu hören. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich könnte jeden Tag ermerkt werden von irgendwelchen wahnsinnigen Muslimen. Ja. Aber das ist mir egal, verstehst du? Solange ich wenigstens einen zum Herrn Jesus Christus geführt habe, habe ich alles schon richtig gemacht. Nein. Ich habe alles richtig gemacht. Deswegen sagt der Herr Jesus, bring mal bitte den Vers, wo 99 der Ruße nicht bedürft. Ja, aber schreibt, gib ihm erstmal den Vers. Okay, Matthäus 11, 27. Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, in dem Sinne auch Ruhe schenken. Bringt ihr bitte den Vers mit der Ruße, was ich dir sagen wollte, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die gar nicht der Ruße bedürfen, weil sie einfach sagen, ja, ich brauche doch gar nicht Jesus Christus. Sie sind so cool, kommen sie rüber, weißt du, was ich meine? Aber sie brauchen den Herrn Jesus Christus. Und spätestens dann werden ihre Augen aufgehen, wenn sie vor dem lebendigen Gott stehen und er als Richter ihnen begegnet. Aber ich will nicht, dass du ihm als Richter begegnest. So, guck hier. Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein, wenn wir einen Sünde der Buße tun, von 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Verstehst du? Das heißt, wenn du zum Glauben kommst, da sind die Engel im Himmel am Freuen und am Feiern und alles. Also du siehst das doch mit deinen eigenen Augen. Du bist doch kurz davor, wenn du möchtest, können wir das Übergabegebet direkt machen. Also das kann ich mir sagen. In diesem Vers nochmal zum Abschluss, dass Jesus nicht gekommen ist. Guck mal her, der Herr Jesus sagt in Lukas 5, 32. Ich bin gekommen zu rufen, die Sünder zur Buße und nicht die, die sich für gerecht genug halten. Weißt du, was ich dir gerade gesagt habe. Ja, ich brauche den Herrn Jesus nicht. Ja gut, okay. Da sagt der Herr, der zwingt dir ja nicht. Der sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht die sich für gerecht genug halten. Ich bin ein Sünder und ich brauche den Herrn Jesus. Weil die was besseres sind. Ich denke nicht, dass ich was besseres bin als die Muslime. Ich bin der letzte Haufen Dreck und ich brauche den Herrn Jesus. Und ich achte alles als Dreck für den Herrn Jesus. Ich brauche den Herrn Jesus Christus, weil ich weiß, dass ich es alleine nicht schaffe. Und da gibt es keinen Allah, der mir meine Sünden vielleicht vergibt. In Suche 66, Vers 8. Was ist das denn? Vielleicht werde ich euch vergeben. Das ist nichts. Wenn du möchtest, können wir gerne das Übergabegebet machen. Dann kannst du dein Leben dem Herrn Jesus Christus geben. Aber ich möchte dich zunächst drängen. Es ist deine Entscheidung, ob du es willst oder nicht. Bist du bereit? Vielleicht ist es aber ein. Bist du bereit? Ja. Möchtest du mir dann nachsprechen? Oder hast du Angst? Ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Ich würde gerne. Was hindert dich daran? Deine Eltern? Ja. Und weil ich, das ist der Tod. Ja. Der ist nicht voranzustellen. Wie der gewohnt ist der Tod. Ich würde gerne. Aber ich weiß nicht, wie die sich dann reagieren. Weißt du? Ich weiß nicht. Ich werde alles verlieren und so. Alle Grundschweifel und so. Ja, der weiß das alles. Du wirst alles verlieren. Du wirst dann alles verlieren. Du wirst dich annehmen. Der sagt ja, wer sein Leben nicht verlieren will, der wird es verlieren. Ja, wenn du dein Leben nicht verlieren willst, dann wirst du es verlieren. Das ist das, was der Herr Jesus Christus sagt. Du musst es verlieren, um des Herrn Jesus will. Du musst es quasi für den Herrn Jesus Christus lassen. Aber guck mal, ihr Muslime, die ihr mir gerade zuguckt, der arme Junge, der in einer muslimischen Familie hängt und so große Angst hat, dass er den Islam verlässt und zu Jesus Christus kommt. Guck mal, was ihr ihm antut. Verstehst du? Mit solcher Angst muss er Angst haben, zum Herrn Jesus Christus zu kommen. Das ist das so Schlimme hier, was dir abgeht. Ja, aber die Muslime würden das verstehen, wenn wir in Christenland die Muslime so behandeln würden. Dann würden die verstehen, was die anderen Leuten antun. Aber solange die es anderen Leuten antun, aber wir nicht denen, leben die in Saus und Braus. Aber wenn die es einmal denen antun, zum Beispiel, dass wir den Pierre Vogel zum Beispiel massakrieren würden. Ja, weil er sozusagen Christentum verlassen hat und ein Muslim geworden ist. Und die würden dann erschießen. Stell dir mal vor, wir würden den Pierre Vogel, der ist ja jetzt der bekannteste Konvertit hier in Deutschland. Stell dir mal vor, wir würden denen das antun, was die Muslime unseren Geschwistern in Christus antun. Weil wir könnten ja sagen, der ist ja aus dem Christentum ausgetreten. Ja, komm, lass uns das Verfolgung umbringen. Ja, ja. Aber das hat der Herr Jesus ja niemals gesagt. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass die Muslime in den islamischen Ländern die Christen verfolgen und demütigen und behandeln, bespucken und köpfen. Können, köpfen und alles. Stell dir mal vor, wir in Deutschland würden den Muslimen das antun. Weißt du, was ich meine? Im Gegenteil. Das, was die uns antun in den islamischen Ländern, stell dir mal vor, wir würden denen das antun hier. Ja, jeder Christ. Dann würden die Muslime aufwachen und sagen, was ist das für eine letzte Drecksreligion. Dann würden die sagen, ihr habt den Teufel zum Gott. Aber solange man das nicht mit denen macht, ist es okay. Dann ist es alles normal. Ja, das ist die Gerechtigkeit der Muslime. Jesus sagt sogar, wie sonst die Muslime. Ist das die Gerechtigkeit der Muslime, die die Wahrheit sehen? Wenn Allah sagt in Surah 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und an den jüngsten Tag? Ja, das ist eindeutig der Teufel. Und da ist es mir egal, ob er welcher Muslim sagt, was sagst du da noch? Das ist der Teufel. Ihr betet leider Luzifer an. Luzifer, das ist eindeutig der Teufel im Koran. Du siehst ja, hast du die Geschichten ja gerade gesehen. Du hast ja gerade gesehen, was da abgeht im Koran. Dass Mohammed sich zu Gott macht und so. Ist das Maffel. Das im Vergleich zu Surah 9, Vers 29. Guck dir das an, was ich dir gerade gesagt habe zu Surah 9, Vers 29. Und jetzt vergleichen wir mal, was der Herr Jesus Christus sagt in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch Fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Und jetzt sagt mir nochmal, vergleicht das mal mit den Worten Mohammeds. Ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Genau das geht dann. Das ist wie Teufel und Gott. Ja, Gott und Teufel. Amen. Im Endeffekt ist es dir überlassen. Du kannst entscheiden, wohin du gehen möchtest. You decide. Sagst du gerne auch persönlich alleine für sich selber wählen? Ich meine, wenn er Angst hat, oder? Am besten ist es, wenn er es alleine macht für sich dann selber. Vielleicht ist er halt, dass er unter Druck geht. Ja, ja, das ist das. Also, ja, wie gesagt, ich will dich nicht unter Druck setzen. Das ist dein Leben. Du sollst selber entscheiden. Und, ja. There is something for him. Was kann der Christian Prince für ihn empfehlen? What can you say? Maybe you can talk to him in Arabic. I don't know. Hallo? Hallo? Hey, Shachbarak. Schmerz. Alhamdulillah. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Do you have difficulty to accept the Messiah? Do you have any problem? Ja, ich will nicht mehr wissen, dass ich mich nicht mehr über die Frage habe, aber ich bin der Mannschaft. Ich will sage... Ich will nicht mehr so ein Problem sein in dem Thema the Messiah. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich will nicht mehr so sein. Ich weiß nicht, aber ich bin schäf. Ja, mein Liebesitz. Schäf, was du? Der Leben kann man sterben. Man kann kann man sterben. Und der Herr sagte, dass du sie von dir bist. und man weiß, dass es kein Mensch gibt, sondern es ist selbst. Wenn man nicht so macht, wenn man einen Menschenrechte hat, dann er sich selbst verletzt. Das ist ein Mensch. Wenn man sich einen Menschenrechte überwältigt hat, einen Menschenrechte, einen Menschenrechte, einen Menschenrechte, einen Menschenrechte, Man kennt sich aus dem Leben in der Natur und deren Kunst. Man sagt dann in einem Leben um War und sein Leben. Eine Geschichte des Geistes. Ein Mensch ist großartig auf den Attenbau? Ich habe das Wort nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, Fadi, ich werde jetzt für dich beten, auch nochmal hier im Namen der Allgemeinheit, okay? Ja, danke. Okay. Ja, himmlischer Vater, du hast jetzt dieses ganze, ja, diesen Livestream hier hast du jetzt begleitet, du hast deine Hand hier ausgestreckt nach denen, die dich suchen, Vater, die wirklich von Herzen her wirklich die Wahrheit erkennen wollen und deine Liebe erkennen wollen, Vater. Ich möchte dich jetzt für den Fadi bitten, Vater, dass du wirklich in sein Herz kommst, dass du ihn überführst von deiner Schuld, dass du wirklich ihn zur Buße bringst, dass er jede, ja, dass er einfach seine Sünden-Liebe kennt und dass er wirklich dir nachfolgen will, Vater. Ich möchte, dass du das in ihm bewirkst und dass du ihm auch hilfst in seiner Situation mit seiner Familie. Du siehst, dass seine Familie ja wirklich, ja, wahrscheinlich zutiefst gekränkt wäre, wenn er den Islam verlässt und dass sie vielleicht auch zornig werden könnten, Herr. Aber, Vater, deine Liebe ist größer als der schlimmste Hass der Welt, Vater. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe her. Ja, und ich möchte dich jetzt für den Fadi bitten, dass du wirklich deine Liebe in ihm offenbar machst und dass du auch wirklich seine Eltern wirklich dazu bringst, dass sie deine Liebe erkennen und dass sie vielleicht doch nochmal zehnmal überdenken sollen, ob sie, ja, auf so einen tollen Sohn wirklich sauer sein könnten, Vater. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen allen Liebe schenkst und dass du vor allem sie überführst von ihren Sünden und wirklich zu dir bringst, ja, und zu deinem Leib hinzufügst, Vater. Ich möchte dich jetzt für jeden Einzelnen bitten, die hier waren, die ja dieses Video begleitet haben, Vater, dass du ihnen Kraft schenkst, Segen und dass du, ja, einfach uns weiterhin in der Arbeit für dein Reich, Herr, wirklich ausstattest und kräftigst mit allem, ja, was wir gebrauchen können, Vater. Und ich möchte dich jetzt für Fadi bitten, Herr, rühre sein Herz an, rühre das Herz der Eltern an, dass sie wirklich sich zu dir bekehren, Vater, und eine Entscheidung für dich treffen werden. Und dass Fadi es wirklich nicht, ja, wirklich schwierig hat, ja, durch seine Eltern, Herr, dass sie ihm das Leben dadurch schwer machen könnten. Ich bitte dich, dass du wirklich deine Hand nach ihm ausstreckst und, ja, auch seine Schwierigkeiten siehst. Hab Dank für alles, Herr Jesus. Ja, Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, Fadi, Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen in dem 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 kardes und er na FC creative was er so was sie denn oh je oh you can Oscar and we can be in Kanaka and this I can contain him now you actually didn't say that but you need to learn more because Christianity is not like Islamic Russia had only we need to learn who is the Messiah those brothers you can ask any question was it's time to stay with us you know Keep subscribing to any of you if you are not subscribed and I understand that you are following my videos. So subscribe. We have a WhatsApp group of our persons. So later you can contact, you know, give more information. They can add you to Bible study maybe. Yeah. So, you know, if you have questions, they will be happy to help you. And trust me, all of us here, we are so happy tonight. You made our day. Today we have a party. And not only here on earth, also not on earth it will be a party, but also in the heavens. The angels, all of us now celebrate. And you really enjoy it. If we like that, we like that people come to the living God of Jesus Christ. Our heart is going to turn off. That's incredible. You know, God is good, so is Jesus. Jesus is the God, the good God. And He is your happiness. Trust me, from now on you will feel different. You will not be the same person. You will not be dreaming of the virgins and you will have real life. This was a fiction of the devil. He tried to tempt you by sex and by money and by power and by wine and by silver and by gold. There is no... There is no... What... You know, ask yourself, what is the value of a person of gold in heaven? I mean, what kind of God you will promise me? A person of gold or a couch. You know, we have a couch. Because this is the start. Already you accepted the Messiah. So don't worry. You are not... You are safe with the Messiah. But the Messiah, He asked you to study. Not like Quran. Quran says in chapter 5 verse 101, ask no questions. In Christianity, you should ask questions. Yes. Because the more you ask, the more you know. And the more you know, the more you love the Messiah. Amen. So He ordered us to read and search the books and the Bible says, my people will be destroyed because of their ignorance. So Christianity is totally against ignorance. Ignorance will help the devil to blind you, to deceive you. Your ignorance and my ignorance is the problem and the reason for our sin. Adam himself, he commit sin because of his ignorance. So don't do what Adam do. And don't do what the Christian friends do. And don't do what Amir do. Because all of us are sinners. Do what Jesus did. Do what Jesus did. He is the only one and he is the only truth. Amen. I am the truth. I am the alpha. I am the beginning. I am the end. I am the salvation. And today you have the salvation of Jesus. Amen. So my brother, join them and be with them. Those are the great brothers. You are in safe hands. And you can always contact me and I am happy to hear you. Amen. Thank you, brother. Thank you, brother. Yeah, that's my brother. I'll give you my arm here. So. Yeah. Yeah. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass du doch noch eine Entscheidung getroffen hast. Yeah. Der Bruder Christian Prince ist auch nochmal eine sehr, sehr große Hilfe gewesen in dem Livestream jetzt. Weil du bist ja auch selber einmal besprechend und du hast ja selber gemerkt, was da los ist. Also ich brauche dir ja nichts mehr zu sagen. Von daher, ich kann nur noch den Herrn preisen. Ich habe auch gerade für dich innerlich gebetet, dass du zum Glauben kommst. Halleluja. Der ganze Livestream hat sich komplett gelohnt. Gelohnt, ja. Der ganze Livestream hat sich komplett gelohnt, dass eine Seele kommt. Das ist nur einer. Halleluja. Halleluja. Amen. Danke, Herr. Dankeschön, Herr Jesus. Amen. Ja, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Wir geben dir dann die Kontaktdaten. Der braucht nur eine Bibel, ne? Wie gesagt. Ja, über WhatsApp und sowas. Kein Problem. Okay. Ja. Ich will, dass du mehr lernst über den Herrn Jesus Christus, wer er ist, was er für dich getan hat und wie wunderschön der Herr Jesus ist, ne? Und auch die Geschwister im Chat freuen sich auch alle. Halleluja. Die ganzen Geschwister im Chat freuen sich auch für dich gerade. Halleluja. Danke auch an alle Geschwister im Chat. Ja, dank dem Herrn, nicht uns. Der Herr hat uns benutzt, um dir deine Augen zu öffnen. Amen. Amen. Okay. Dann, wir lassen uns von Zipi deinen Skype-Name geben und dann werden wir dich anschreiben, okay? Okay, danke. Durch meine Nummer hinterlassen, mein Handy. Ja, genau, genau. Lass deine Handynummer da, genau. Okay. Okay? Dann werden wir dich kontaktieren, okay? Okay, danke. Ich freue mich riesig für dich. Du hast den besten Schritt deines Lebens getan. Du hast dein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertraut. Das ist das Schönste, was du machen konntest. Es ist nicht schlimm, dass du weinst. Weinst du? Kein Problem. Siehst du, was die Muskel haben? Ja, jetzt ist deinem Herzen berührt. Jetzt ist deinem Herzen berührt. Halleluja. Wege der Herr Jesus Christus die Stärken schützen und führen, mein Lieber. Wir sind alle mit dir, mein lieber Bruder. Glaub mir, ich fühle mit dir ohne Spaß. Und wir freuen uns. Das sind Tränen auch des Glücks. Das sind Tränen des Glücks, glaub ich mir. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Du hast dein Leben dem wahrhaftigen Gott gegeben. Amen. Und nicht irgendeine Absurdoreligion. Ich sag's dir. Der Herr ist mein Herzen. Der Herr ist mein Herzen. Der Herr Jesus Christus, segne dich, mein Bruder. Danke. Wir lieben dich. Mach dir keine Sorgen. Seit Jahren gebitten, weißt du. Ich hatte viele Opäis hinter mir, ja. Und ich hab eine psychosische Zyphanie. Ja. Bordliche Zyphanie Erkrankung. Ja. Und alles, was ich erleben musste, halt mein ganzes Leben, halt, war nur halt sehr schwer für mich. Ja, glaub ich dir. Und ich hab keine Zukunft und auch die Arbeit und keine Ahnung. Der Herr Jesus kann jetzt. Der Herr Jesus Christus kann dein ganzes Werdegang umkrempeln, umkrempeln und neu machen. Denn der Herr Jesus Christus hat gesagt, aus alt werde ich neu machen. Siehe, Altes ist vergangen, Neues wird geboren. Du musst nur dein Leben dem Herrn Jesus auch anvertrauen. Und wem? Nicht verzagen. Du musst auch im Gebet bleiben. Die Bibel täglich lesen. Na, du brauchst auch Nahrung. Dein Geist, der in dir ist, der braucht Nahrung. Verstehst du, Fadi? Ja. Ja, Bruder, Herz, mach dir keine Sorgen. Wir unterstützen dich. Wir helfen dir so gut es geht. Wir helfen dir so gut wie wir können. Und wir bitten auch die Geschwister, die das gerade sehen, auch für ihn zu beten. Ihr seht, was der Islam anrichtet, Menschen, die zum Herrn Jesus Christus finden möchten, die aus Angst nicht kommen. Aber es gibt doch noch Leute, die durchbrechen. Und der Herr Jesus will diese Leute haben. Er zieht die zu sich. Der Vater hat dich zu uns gebracht. Und nichts können wir machen, außer der Vater zieht die Menschen zum Herrn Jesus. Amir, wir haben einen Vers für ihn, von der Bibel, über seine Teile. Er schreit. Okay. Die Bibel sagt, dass sogar der Herr, sogar seine Teile für ihn sind. Okay. Aber das steht nicht in dem Vers. Bei euch aber, was sind selbst die Haare? Willst du abstehen, Matthäus? 10, 2, 3. Ja, aber er sagt nicht so. Der Herr ist die Haare betenbar. Der Herr betenbar bei dem Vater, dass alle Haare betenbar? Ja. Das ist hier, dass alle Haare betenbar. Ja, okay. Matthäus 10, Abvers 29. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Goschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum? Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet, Fahli, pass auf, vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ich hoffe natürlich, dass du mit dem Herrn Jesus Christus wandelst, dass die Geschwister für dich beten hier im Chat, dass du auch dem Muslim ein Zeugnis sein kannst, wie befreiend der Herr Jesus auch sein kann. Deine Tränen sind nicht verschwendet. Das sind Tränen der Freude und des Glückes. Das wäscht dein Herz. Das ist jetzt dein Baptismus. Ja, das ist quasi deine Taufe. Du taufst dich ja gerade selber, Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Der Reue. Ja. Genau wie bei uns. Total zusammengebrochen. Ja, bei uns ist das auch so passiert mit dem Weinen, wie er bei ihm war. Ich kann vielleicht mit dem Zeugnis von mir noch eben. Jetzt bitte, dann müssen wir das ein anderes Mal machen. Jetzt in Ruhe. In Ruhe. Lass ihn jetzt mal das Zeugnis machen. Jeder von uns. Also, wer möchte. Okay, Fadi. Okay. Dann lass bitte deine Nummer, hinterlass deine Nummer oder und dann wir werden uns dann mit dir zusammensetzen und geh auch gleich selber ins Gebet und bitte den Herrn Jesus Christus nochmal deine ganzen Sünden zu tragen. Um Führung, um Schutz. Genau. Und auch um deine Eltern. Ja. Okay. Okay. Hinterlass deine Nummer und wir werden uns dann melden. Okay. Ja. Ja, mach mir. Mach's gut. Alleluja. Ich hab das jetzt mal nochmal geschickt. Ja, ich seh das schon. Ja, ich hab's schon gesehen. Gott segne ihn. Gottes Segen wünsche ich dir, ja. Und Gottes Schutz auch. Vertraue. Vertraue dem Herrn. Er wird alles gut machen. Und ich danke auch dem Herrn, wie ich immer sage, dass er mir die Kraft gegeben hat, diese Videos zu machen, weil du durch diese Videos bist ja aufmerksam geworden auf dieses ganze Zeugs, ne? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, irgendwo, ich sehe ja auch die ganze Zeit und jetzt werde ich ja ernten. Das ist die Ernte. Irgendwas müssen wir ja tun. Wir müssen doch unsere Leiber zur Verfügung stellen. Wenn wir nichts machen, dann passiert doch nichts. Der Herr Jesus ist der Baum und wir die Reben. Der Waldstock und die Rebe. Ein guter Baum sind gute Früchte. Dann fährt dich aus. Stell dein Körper, dein Leib zur Verfügung und Ende aus. Egal, was für ein Talent du hast. Auch wenn es nur ein Traktat zu verteilen ist, geh hin und gib es ihm. Vielleicht hat er gerade nach Gott gefragt und sagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir jetzt ein Zeichen auf. Auf einmal kommt ein Bruder und gibt genau diesen Menschen ein Traktat in die Hand. Was meinst du, was das in dem auslöst? Seid fleißig. Der Herr Jesus wird das aus euren Händen segnen. Glaub es mir. Und ich wünsche jedem Einzelnen, der das sieht, dass ihr zum lebendigen Gott kommt. Ich sage es euch. Das ist die schönste Liebesbeziehung, die du zu Gott haben kannst, wenn du mit dem Herrn Jesus Christus bist. Das ist so. Im Islam hast du gar keine Liebesbeziehung. Da hast du Allah irgendwo im Universum. Als Sklave anbeten. Nur als Sklave anbeten. Das kann er wie... Und am Ende weißt du gar nicht, ob du gerettet bist oder nicht. Das ist nicht mein... Das kann ich nicht vereinbaren mit meinem... Wir wissen auch. Okay, Fadi. Ich wünsche dir Gottes Segen und wir werden uns melden, ja? Ja, danke, Armin. Ich schade auch. Ja, Gottes Segen dir. Gottes Segen, Fadi. Islam hat wirklich gerade geweint. Das ist unglaublich. Mein Herz ist fast zerbrochen, ehrlich. Weil er hat gemerkt, seine Eltern... Er kann... Wegen seinen Eltern wollte er nicht zum Herrn Jesus finden, weil er weiß, dass er alles verliert. Seht ihr, was der Islam den Menschen anrichtet? Diesen Druck auf die Menschen, dass ihr bloß nicht zum Jesus kommt, dass ihr eure Seelen gerettet werdet. Aus Zwang und Angst bleiben den Islam drinnen, weil die nicht von ihren Leuten drumherum verurteilt werden wollen. Ich sage dir, verlasse alles, was du hast und komm zum Herrn Jesus. Ich sage es, du wirst es unerfältig zurückbekommen. Christian, do you want to say something about your people in the church? You know, all what I say, that the Lord bless us today with this, the brother who accepted the Messiah and we would like to see more people, even the Christians, they need to accept the Messiah. This is an invitation for everybody. There's no good but God. No Christian, no Amir, we are not here to say we are good people and you are bad people. We are here to say to you, we are sinners, but by Jesus we have faith and we will be saved. And you have no way to save yourself. You can say, I'm not doing bad, I'm not hurting people, but the fact that's not true. You hurt people, you hurt yourself, you hurt your parents, you hurt your family, you commit sin every day, you lie, you do a lot of crazy stuff, but maybe sometimes because we're blind, we don't see it. so trust me, I feel comfort, not because I am a sinner, I am a sinner, but the Messiah comfort me. And the same what happened to Dr. Fadi, today he got the comfort which he will never be provided by anyone else, not by a Christian prince, not by anyone. Today you get the salvation, you get the key of heaven, which is not the key of the Khomeini, he will give it to you and you open the door. No, this is the key nobody can provide. This is the God of love and now you will see people in different image, different way, different eyes. Your eyes will change, your heart will change, you will love everything around you, you will be a new person, you will be happy, you will be a free bird, you are not a slave of Allah, you are a son, a child of God. Amen. And this is our father, our father out of heaven. Amen. Thank you. Gott, I see you all. Gott, I see you all. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt den Stream mit anderen. Gott segne auch die Muslime. Gott segne auch die Muslime. Ich hoffe natürlich, dass ihr zur Glaube kommt. Ich bin bei euch, dass ihr euch Muslime, ich habe Liebe in meinem Herzen für euch. Deswegen setze ich das Ganze hier ein, damit ihr eine Chance habt, die Wahrheit zu haben. Gottes Segen euch, ihr Lieben. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann abonniert den Kanal. Unterstützt uns bei unserer Arbeit, wenn ihr möchtet. Wenn ihr meint, dass das gesegnete Arbeit ist, dann könnt ihr euch unterstützen. Nicht mit Geld oder so, sondern mit Gebeten, was auch immer. Geht raus und verkündigt das Evangelium. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das nützt mir das, wenn ihr mir Geld gebt. Davon habe ich nicht. Ich bin lieber, dass ihr wenigstens jemand einen Traktat in die Hand gebt. Das holt mir viel mehr, als wenn du mir ein Euro spendest oder was. Amen. Das ist nichts. Dann will ich das gar nicht. Amen. Ich will lieber, dass Menschen zum Glauben kommen. Amen. Das ist meine Intention nach meiner Arbeit. Amen. Möge der Herr uns segnen und euch segnen. Gottes Segen euch allen. Gottes Segen euch allen. Gottes Segen. Gottes Segen. Amen. Der Herr Jesus ist gut. Amen. Rechts. Amen. rzeczywiścieMarie geht. Amen. Vielen Dank.